Eine große Überraschung. Cedric selbst wusste nichts davon. Papa war ja gestorben, als Cedric noch so klein war, dass er sich kaum an ihn erinnern konnte. Nach Papas Tod hatte Cedric herausgefunden, dass es am besten war, mit Mama gar nicht von ihm zu sprechen. Freunde hatten er und Mama nur wenige und manche Leute hätten ihr Leben wahrscheinlich recht einsam gefunden. Aber Cedric wusste nicht, dass es einsam war. Er hatte eine heitere, furchtlose Art, mit Menschen Freundschaft zu schließen. Diese Fähigkeit hatte sich bei ihm stärker entwickelt, weil er viel mit seinem Vater und seiner Mutter beisammen war, die immer liebevoll und zärtlich und rücksichtsvoll miteinander umgingen. Immer war er lieb und zärtlich behandelt worden und so war seine kindliche Seele voll Güte und Wärme. Immer hatte er gesehen, dass sein Vater über sie wachte und sie umsorgte und so lernte auch er, für sie, für Mama zu sorgen. Sein bester Freund war der Kaufmann an der Ecke, der mürrische Kaufmann, der ihm gegenüber nie mürrisch war. Er hieß Mr. Hobbs und Cedric bewunderte und verehrte ihn sehr. Er besuchte ihn jeden Tag, auf so gutem Fuß stand er mit ihm. Oft saß er lange in seinem Laden und besprach mit ihm, was es Neues gab. Eines schönen Tages werden Sie genug davon haben. »Sagte er, wenn die Geknechteten sich erheben und sie alle in die Luft sprengen, die Earls und Dukes!« Cedric hatte sich wie gewöhnlich auf den hochbeinigen Stuhl am Ladentisch gesetzt, den Hut aus der Stirne gedrückt, die Hände in den Taschen. »Haben Sie in Ihrem Leben viele Dukes gekannt, Mr. Hobbs?« erkundigte sich Cedric. »Oder Earls?« »Nein!«, erwiderte Mr. Hobbs entröste, »da sei Gott vor! Einmal nur möchte ich einen hier in meinem Laden erwischen, das wäre was! Ich würde keinen dieser hartgierigen Tyrannen auf meinen Kekskisten rumsitzen lassen!« Und stolz auf seine Gesinnung blickte er herausfordernd im Laden umher und wischte sich den Schweiß von der Stirn. »Vielleicht würden Sie keine Earls oder Dukes sein, wenn Sie es besser wüssten«, sagte Cedric, der mit diesem beklagenswerten Stand ein unbestimmtes Mitleid empfand. »Und ob Sie es sein würden«, erwiderte Mr. Hobbs, »Sie bilden sich ja noch, weiß Gott, was drauf ein! Sie sind eine üble Bande!« Sie waren mitten in ihrem Gespräch, als Mary, Cedrics Kindermädchen, erschien. Sie sah blass aus, als hätte sie sich über irgendetwas aufgeregt. »Komm nach Haus, Herzchen«, sagte sie. Cedric glitt den Stuhl herunter. »Auf Wiedersehen, Mr. Hobbs. Ich komme bald wieder.« Als sie zu ihrem Haus kamen, stand ein Wagen vor der Tür, und in dem kleinen Salon unterhielt sich jemand mit Mama. Mary führte ihn eilig ins Schlafzimmer hinauf und zog ihm seinen besten Sommeranzug an, dann kämmte sie ihm das Haar. Es war wirklich alles sehr rätselhaft, aber Cedric war ganz sicher, dass Mama ihm die ganze Aufregung erklären würde. Als er fertig angezogen war, lief er hinunter in den Salon. Ein großer, magerer, alter Herr mit einem scharf geschnittenen Gesicht saß in einem Lehnstuhl. Mutter stand mit blassem Gesicht daneben, und er bemerkte Tränen in ihren Augen. »Oh, Sadie«, rief sie und eilte ihm entgegen, fing ihn mit ihren Armen auf und küsste ihn. Der große alte Herr erhob sich aus seinem Stuhl und betrachtete Cedric mit scharfem Blick. »So, so«, sagte er endlich langsam. »Das ist also der kleine Lord Fauntleroy.« Cedrics Freunde So verwundert und erstaunt ist wohl selten ein kleiner Junge gewesen wie Cedric in der Woche, die nun folgte. Erstens war schon die Geschichte, die seine Mutter ihm erzählte, äußerst merkwürdig. Er musste sie zwei- oder dreimal hören, bis er sie verstand. Alles drehte sich um Earls. Sein Großvater, den er nie gesehen hatte, war ein Earl, und sein ältester Onkel wäre im Laufe der Zeit auch ein Earl geworden, wenn er nicht durch einen Sturz vom Pferd getötet worden wäre. Und nach dessen Tode wäre sein anderer Onkel ein Earl geworden, der aber war in Rom plötzlich am Fieber gestorben. Danach wäre sein eigener Vater, wäre er noch am Leben gewesen ein Earl geworden, weil sie aber alle tot waren und nur Cedric noch übrig blieb, ergab es sich, dass er nach dem Tode seines Großvaters Earl sein würde. Und vorläufig war er Lord Fauntleroy. Er wurde ganz blass, als er zum ersten Mal davon hörte. »Ach, Mama«, sagte er, »ich möchte lieber kein Earl sein. Keiner von den anderen Jungen ist ein Earl. Kann ich nicht auch keiner sein?« Aber es schien unvermeidlich. Sein Großvater wollte ihn nach England holen, und seine Mutter hielt es für richtig, dass er hinführe. »Denn«, sagte sie und sah mit kummervollen Augen zum Fenster hinaus, »ich weiß, dein Vater hätte es so gewollt, Cedric. Er liebte seine Heimat sehr, und es spielt vieles mit, was so ein kleiner Junge noch nicht verstehen kann. Es wäre selbstsüchtig von mir, wenn ich dich nicht reißen ließe. Wenn du erwachsen bist, wirst du das begreifen.« Cedric schüttelte traurig den Kopf. »Es wird mir sehr schwer, von Mr. Hobbs vorzugehen. «, sagte er, »ich glaube, ich werde ihm fehlen. Und er wird mir auch fehlen. Alle werden mir fehlen.« Als Mr. Havisham, der Rechtsanwalt, den der Earl of Doring Court nach Amerika geschickt hatte, um Lord Frontleroy nach England zu bringen, am nächsten Tag wiederkam, erfuhr Cedric viel Neues. Aber es war ihm kein rechter Trost, dass er sehr reich sein würde, wenn er erwachsen war. Der Gedanke an seinen Freund Mr. Hobbs beunruhigte ihn, und gleich nach dem Frühstück suchte er ihn in seinem Laden auf. Er fand ihn beim Lesen der Morgenzeitung und ging in ernster Haltung auf ihn zu. Eins war ihm klar. Mr. Hobbs würde sich sehr aufregen, wenn er hörte, welcher Schicksalsschlag über Cedric hereingebrochen war. »Hallo«, sagte Mr. Hobbs, »morgen.« »Guten Morgen«, erwiderte Cedric. Er kletterte nicht wie gewöhnlich auf seinen hohen Stuhl, sondern setzte sich auf eine Kekskiste und umfasste sein Knie. Eine Weile war er so still, dass Mr. Hobbs ihn schließlich fragend über den Rand seiner Zeitung hin ansah. »Mr. Hobbs«, sagte er, »wissen Sie noch, wovon wir gestern gesprochen haben?« »Ja«, erwiderte Mr. Hobbs. »War es nicht über England?« »Ja«, sagte Cedric ein wenig zögernd. »Und über die Earths? Wissen Sie es nicht mehr?« »Aber freilich«, gab Mr. Hobbs zu, »wir haben Sie ein bisschen durchgehechelt, das stimmt schon.« Cedric errötete bis unter die Locken auf seiner Stirn. In so einer peinlichen Lage war er noch nie gewesen. »Sie sagten«, fuhr er fort, »Sie würden keinen auf Ihren Kekskisten rumsitzen lassen?« »Das stimmt«, erwiderte Mr. Hobbs mannhaft. »Und dabei bleib ich auch.« »Mr. Hobbs«, sagte Cedric, »auf dieser Kiste sitzt jetzt einer.« Mr. Hobbs wäre beinahe von seinem Stuhl gefallen. »Was«, rief er laut. »Jawohl«, erklärte Cedric mit gebührender Bescheidenheit. »Ich bin einer. Oder wenigstens werde ich einmal einer sein.« Mr. Hobbs war ganz aufgeregt. »Die Hitze ist dir zu Kopf gestiegen«, rief er und sah ihn prüfend an. »Es ist wirklich ein heißer Tag. Wie fühlst du dich? Hast du Schmerzen?« Er legte seine große Hand auf den Kopf des Jungen. Das brachte diesen noch mehr in Verlegenheit. »Danke«, sagte Cedric, »mir fehlt nichts. Mein Kopf ist ganz in Ordnung. Leider ist es wahr, Mr. Hobbs. Mr. Havisham hat es Mama erzählt, und der ist ein Rechtsanwalt.« Mr. Hobbs sank in seinen Stuhl zurück und wischte sich die Stirn mit dem Taschentuch. »Einer von uns hat einen Sonnenstich«, rief er. »Nein«, erwiderte Cedric, »bestimmt nicht. Mr. Havisham hat die ganze lange Reise von England nach Amerika gemacht, um es uns zu erzählen. Großpapa hat ihn geschickt.« Bestürzt starrte Mr. Hobbs auf das unschuldige, ernsthafte kleine Gesicht vor ihm. »Wer ist dein Großvater?«, fragte er. Cedric steckte die Hand in die Tasche und holte vorsichtig einen Zettel heraus. »Ich habe mir es nicht recht merken können. Da habe ich es lieber aufgeschrieben«, sagte er. Laut und langsam las er vor. »John Arthur Molyneux Errol Earl of Dorincourt«, so heißt er, und wohnt in einem Schloss. Und mein Papa, der gestorben ist, war sein jüngster Sohn, und ich wäre nicht Lord oder Earl geworden, wenn Papa nicht gestorben wäre. Und mein Papa wäre auch kein Earl geworden, wenn nicht seine beiden älteren Brüder gestorben wären. Dem armen Mr. Hobbs schien heiß und heißer zu werden. Er wischte sich Stirn und Glatze und holte tief Atem. Einmählich begriff er, dass irgendetwas sehr Merkwürdiges geschehen war. »Na«, sagte Mr. Hobbs, »da soll mich doch der Teufel holen.« Nach Cedrics Meinung war es ein durchaus schicklicher und passender Ausdruck. »Du meinst nicht«, fragte Mr. Hobbs, »dass du dich drücken könntest?« »Ich fürchte nein«, antwortete Cedric. »Mama sagt, Papa hätte bestimmt gewünscht, dass ich es annehme. Aber wenn ich nun schon ein Earl werden muss, so kann ich wenigstens eines tun. Ich kann versuchen, ein guter Earl zu werden.« »Ein Tyrann werde ich nicht.« Sein Gespräch mit Mr. Hobbs war lang und ernst. Nachdem er den ersten Schrecken überwunden hatte, war Mr. Hobbs nicht so erbittert, wie man hätte erwarten können. Er versuchte, sich mit der Sache abzufinden. Und noch ehe die Unterhaltung beendet war, hatte er eine lange Reihe Fragen gestellt. Da Cedric nur wenig Aufschlussreiches sagen konnte, suchte er sie selbst zu beantworten. Und einmal losgelassen auf das Thema der Earls und Dukes und der adeligen Ländereien, gab er Erklärungen zum Besten, die wahrscheinlich Mr. Havisham sehr erstaunt hätten, wenn sie ihm zu Ohren gekommen wären. Mr. Havisham wusste, welche Enttäuschungen der alte Earl an seinen beiden ältesten Söhnen erlebt hatte und wie wütend er überhaupt, man Cedrics amerikanischer Heirat gewesen war. Er wusste, wie sehr der Earl die sanfte kleine Witwe noch immer hasste und dass er nie anders als in bitteren, heftigen Worten von ihr sprach. Sie sei ein gewöhnliches amerikanisches Mädel, das seinen Sohn umgarnt und zur Heirat verleitet habe, weil sie es auf den Sprössling eines Earl abgesehen hatte, war seine stehende Redensart. Der alte Rechtsanwalt hatte das eigentlich auch geglaubt. Als sein Wagen ihn in diese billige Gegend gebracht und er vor dem bescheidenen kleinen Haus gehalten hatte, war ihm der Schrecken in die Glieder gefahren. Es war eine entsetzliche Vorstellung, dass der künftige Besitzer von Dorincourt Castle in einer so schäbigen Straße geboren und erzogen wurde. Er fragte sich, wie das Kind wohl sein mochte und wie erst die Mutter. Als Mrs. Errol ins Zimmer trat, in ihrem schlichten schwarzen Kleid, das ihre schlanke Gestalt eng umschloss, sah sie wie ein junges Mädchen und nicht wie die Mutter eines siebenjährigen Jungen aus. Ihr reizendes, junges Gesicht war von Leid überschattet und in ihren großen braunen Augen lag ein zärtlicher, weicher Ausdruck. Kaum hatte der Rechtsanwalt Cedrics Mutter erblickt, so wusste er, dass der alte Earl einen großen Irrtum beging, wenn er sie für eine ordinäre, geldgierige Frau hielt. Er sah auch, dass er keine Schwierigkeiten mit ihr haben würde und ihm kam der Gedanke, dass sich schließlich der kleine Lord Fauntleroy vielleicht gar nicht als eine so schreckliche Belastung für seine aristokratische Familie herausstellen würde. Als er Mrs. Errol mitteilte, warum er gekommen sei, wurde sie sehr bleich. »Oh«, sagte sie, »wird er von mir fortmüssen?« »Wir hängen so sehr aneinander, er ist alles, was ich habe.« Ihre Stimme zitterte und Tränen stiegen ihr in die Augen. »Sie wissen nicht, was er mir bedeutet«, fügte sie hinzu. Der Anwalt räusperte sich. »Ich muss Ihnen leider mitteilen«, sagte er, »dass der Earl of Dorincourt Ihnen nicht, nicht sehr freundlich gesinnt ist. Er ist ein alter Mann mit Vorurteilen und er war äußerst aufgebracht über die Heirat seines Sohnes. Ich bedauere, der Überbringer einer so unangenehmen Nachricht sein zu müssen, aber sein Entschluss, Sie nicht sehen zu wollen, steht fest. »Es ist seine Absicht, Lord Fauntleroy unter seiner eigenen Aufsicht erziehen zu lassen. Er soll bei ihm leben. Der Earl bietet Ihnen Court Lodge als Heim an, das in angenehmer Umgebung nicht weit vom Schloss gelegen ist. Ebenso sichert er Ihnen ein standesgemäßes Einkommen zu. Es wird Lord Fauntleroy gestattet sein, Sie zu besuchen. Die einzige Bedingung des Earl ist, dass Sie ihn nicht aufsuchen.« Sie trat ans Fenster und stand eine Weile mit abgewandtem Gesicht. Er sah, dass sie um Fassung rang. »Hauptmann Errol hing sehr an Dorincourt«, sagte sie schließlich. »Unter der Trennung von seiner Heimat hat er sehr gelitten. Er war stolz auf sie und seinen Namen. Sein Wunsch wäre es, dass sein Sohn diese schönen alten Orte kennenlernt und eine Erziehung erhält, wie sie seiner künftigen Stellung entspricht.« Dann trat sie wieder zum Tisch und sah Mr. Havisham mit sanftem Blick an. »Es ist das Beste für meinen Jungen«, sagte sie. »Ich bin sicher, der Earl wird nicht so herzlos sein, mir den Jungen zu entfremden. Und ich weiß, selbst wenn er es versuchen sollte, dass mein Junge viel zu sehr seinem Vater gleicht, als dass er sich in seiner Liebe zu mir beeinflussen ließe. »Und solange wir einander sehen dürfen, darf es mir nicht zu schwer fallen.« »Madam«, sprach er dann, »ich versichere Ihnen, Lord Fauntleroy wird sorgfältig behütet werden und es wird alles geschehen, um ihm das Leben angenehm zu machen.« »Ich hoffe«, sagte die Mutter mit halberstickter Stimme, »ich hoffe, dass sein Großvater meinen Sadie liebgewinnen wird. Der Junge hat ein sehr liebevolles Herz.« Wieder räusperte sich Mr. Havisham. Er konnte sich nicht recht vorstellen, wie der gichtische, jähzornige alte Earl irgendeinen Menschen liebgewinnen sollte. Doch er wusste, dass er zu diesem Kind seinem künftigen Erben in seiner reizbaren Art nett sein würde. »Es wird Lord Fauntleroy an nichts fehlen, dessen bin ich ganz sicher«, erwiderte er. »Nur im Hinblick auf das Glück des Kindes wünscht er Earl, dass sie in der Nähe wohnen und es häufig sehen können.« Wer Mr. Havisham kannte, wäre sicher erstaunt gewesen über seine sonderbaren Empfindungen, als er nun den Jungen auf seine Mutter zulaufen sah. Er erlebte einen recht aufregenden Umschwung seines Gefühls. Sofort erkannte er, dies war eines der reizendsten Kinder, die er je gesehen hatte. Seine Schönheit war auffallend. Er hatte eine kräftige, anmutige Gestalt, und das kindliche Gesicht ließ die künftigen männlichen Züge ahnen. Es trug den Kopf hoch, und sein ganzes Benehmen hatte etwas Mutiges und Tapferes. Mr. Havisham sagte nur, »Das ist also der kleine Lord Fauntleroy.« In seiner freundlichen Art schüttelte er Mr. Havisham die Hand, als sie einander vorgestellt wurden, und er antwortete auf seine Fragen mit dem gleichen, unbefangenen Freimut, mit dem er Mr. Hobbs begegnete. Er war weder schüchtern noch dreist. Mrs. Errol war aus dem Zimmer gerufen worden, und so blieben der Rechtsanwalt und Cedric allein. Zunächst wusste Mr. Havisham nicht recht, was er mit seinem kleinen Gegenüber reden sollte. Der Junge wusste nicht einmal, dass seine Mutter nicht im selben Haus wohnen würde wie er. Sie hatte es für richtiger gehalten, ihm das erst mitzuteilen, wenn die erste Aufregung vorbei wäre. Cedric half dem Rechtsanwalt aus der Verlegenheit, indem er selbst die Unterhaltung eröffnete. »Wissen Sie,« sagte er, »ich weiß gar nicht, was das ist, ein Earl.« »Wirklich nicht?«, fragte Mr. Havisham. »Nein?«, erwiderte Cedric. »Und ich finde, wenn man selbst einer wird, so sollte man das wissen, finden Sie nicht?« »Allerdings«, gab Mr. Havisham zu. »Würden Sie so gut sein?«, fuhr Cedric höflich fort und mir das auseinandersetzen. »Wer macht jemanden zu einem Earl?« »Ein König oder eine Königin in erster Linie,« erklärte Mr. Havisham. »Gewöhnlich wird er in den Adelsstand erhoben, weil er seinem Fürsten irgendeinen Dienst erwiesen oder sonst eine große Tat vollbracht hat.« »Ein Earl«, fuhr Mr. Havisham etwas unsicher fort, »ist häufig von uralter Abstammung.« »Was ist das?«, fragte Cedric. »Äh, von sehr alter Familie.« »Außerordentlich alt.« »Ach so«, sagte Cedric und steckte die Hände noch tiefer in die Hosentaschen. »Da ist die Apfelfrau am Park wahrscheinlich auch von sehr alter Familie. Ja, die ist sicher von uralter Abstammung. So furchtbar alt ist sie.« Mr. Havisham blickte etwas verlegen in das ernsthafte Gesicht seines Gegenübers. »Ich fürchte, du hast mich nicht ganz richtig verstanden,« erklärte er. »Mitte uralter Abstammung meine ich nicht hohes Alter. Ich meine damit, dass der Name einer Familie seit langer Zeit bekannt ist. Vielleicht schon seit Hunderten von Jahren haben Männer dieses Namens die Geschicke ihres Landes mitgestaltet und sind berühmt gewesen.« »Was macht ein Earl denn noch, außer dass er erhoben wird?« »Viele von ihnen haben geholfen, England zu regieren. Manche waren sehr tapfer und haben in alten Zeiten in großen Schlachten gekämpft.« »Das möchte ich auch«, rief Cedric. »Es ist fein, ein tapferer Mann zu sein.« »Es hat manchmal noch einen anderen Vorteil, ein Earl zu sein«, sagte Mr. Havisham langsam und richtete seine klugen Augen mit einem eigentümlichen Ausdruck auf den Knaben. »Manche Earls haben sehr viel Geld.« Er war neugierig, ob sein kleiner Freund die Macht des Geldes kannte. »Viel Geld zu haben ist ganz angenehm«, meinte Cedric harmlos. »Ich wünschte, ich hätte viel Geld.« »So«, sagte Mr. Havisham. »Und warum denn?« »Och«, erklärte Cedric, »wenn man Geld hat, kann man eine Menge Dinge tun. Da ist gleich die Apfelfrau. Wenn ich reich wäre, könnte ich ihr ein Zelt kaufen für ihren Stand.« »Hm«, machte Mr. Havisham. »Und was würdest du noch tun, wenn du reich wärst?« »Oh, noch eine ganze Menge.« »Natürlich würde ich Mama alle möglichen schönen Sachen kaufen. Wenn sie gern ein rosa Seidenkleid haben möchte, würde ich ihr eins kaufen. Aber sie will immer nur schwarze Kleider.« »Und dann Dick.« »Wer ist Dick?«, fragte Mr. Havisham. »Dick.« »Ist ein Schuhputzer?«, erklärte seine junge Lordschaft. Der geriet mehr und mehr in Feuer über all diese aufregenden Pläne. »Er ist einer der nettesten Schuhputzer, den Sie sich denken können. An einer Straßenecke steht er mitten in der Stadt. Ich kenne ihn seit Jahren. Ich würde Jake ausbezahlen.« »Wer ist Jake?«, fragte Mr. Havisham. »Dicks Teilhaber. Und einen Schlimmeren kann man nicht auf dem Hals haben,« sagt Dick. »Er macht dem Geschäft keine Ehre. Er schwingelt die Leute an, und dann wird Dick wütend. Wenn ich nun reich wäre, würde ich Jake ausbezahlen.« »Was würdest du denn für dich selbst kaufen, wenn du reich wärst?« »Och, eine ganze Masse Sachen,« antwortete Lord Fauntleroy munter. »Aber erst würde ich Mary Geld geben für Bridget. Das ist ihre Schwester. Die hat zwölf Kinder, und ihr Mann ist arbeitslos. Und ich glaube, Mr. Hobbs würde sich sehr über eine goldene Uhr mit Kette als Andenken an mich freuen.« Die Tür ging auf, und Mrs. Errol trat ein. »Verzeihen Sie, dass ich so lange ausgeblieben bin,« sagte sie zu Mr. Havisham. »Aber es war eine arme Frau da, die in großer Not ist.« »Dieser junge Herr,« versetzte Mr. Havisham, »hat mir inzwischen von seinen Freunden erzählt und was er für sie tun würde, wenn er reich wäre.« »Bridget gehört auch zu seinen Freunden,« sagte Mrs. Errol. »Sie ist draußen in der Küche, und ich habe eben mit ihr gesprochen. Es geht ihnen sehr schlecht. Ihr Mann hat rheumatisches Fieber.« Cedric rutschte aus seinem großen Stuhl hinab. »Ich glaube, ich muss nach ihr sehen,« meinte er, »und sie fragen, wie es ihrem Mann geht.« Cedric lief aus dem Zimmer, und Mr. Havisham erhob sich. Er schien etwas auf dem Herzen zu haben, doch er zögerte. Schließlich sagte er, »Vor meiner Abreise hatte ich eine Unterredung mit dem Earl. Sein Wunsch ist, dass sein Enkel dem Leben in England und auch der Begegnung mit ihm selbst mit freudiger Erwartung entgegensieht. Deshalb hat er mich beauftragt, seiner Lordschaft mitzuteilen, dass der Umschwung in seinem Leben ihm Geld bringen wird und alles, was ein Kind sich nur wünschen kann. Falls er irgendwelche Wünsche äußert, so soll ich sie ihm erfüllen und ihm sagen, dass alles von seinem Großvater kommt. Gewiss, der Earl dürfte wohl kaum an solche Dinge gedacht haben, aber wenn es Lord Fauntleroy Freude machen sollte, dieser armen Frau zu helfen, so glaube ich, im Sinne des Earls zu handeln, wenn ich ihm diesen Wunsch erfülle.« Zum zweiten Male hatte er die Worte des Earls in eine andere Form gekleidet. Seine Lordschaft hatte nämlich gesagt, »Machen Sie es dem Bengel klar, dass ich ihm geben kann, was er haben will. Machen Sie ihm klar, was es heißt, der Enkel des Earl of Dorincourt zu sein. Kaufen Sie ihm alles, was er sich wünscht. Schicken Sie ihm die Taschen voll Geld. Sahen Sie ihm, es käme von seinem Großvater.« Cedrics Mutter freute sich sehr, dass Sadie nun der armen Bridget helfen konnte. Es wurde ihr nun leichter ums Herz bei dem Gedanken über die erste Auswirkung der seltsamen Veränderung im Schicksal ihres Jungen, dass er Gutes tun konnte an denen, die Güte nötig hatten. Mr. Havisham versenkte seine dünne Hand in die Innentasche seines Rockes und brachte eine große Brieftasche zum Vorschein. Im Stillen überlegte er sich, was der Earl of Dorincourt wohl zu diesem ersten Wunsch seines Enkels sagen würde. Mrs. Errol holte Cedric wieder herein. Mr. Havisham hörte sie miteinander reden, ehe sie ins Zimmer traten. Sein kleines Gesicht war ganz bekümmert, als er hereinkam. Bridget tat ihm offenbar sehr leid. Mr. Havisham sah ihn freundlich an, er wusste aber nicht recht, wie er die Sache anfangen sollte. Plötzlich kniete die Mutter neben Sadie nieder und umschlang ihn zärtlich mit beiden Armen. Sadie, sagte sie, der Earl ist dein Großvater, der Vater von deinem Papa. Er ist sehr, sehr gütig und er hat dich lieb und möchte, dass auch du ihn lieb hast. Du sollst glücklich sein und andere glücklich machen. Er ist sehr reich und will, dass du alles bekommst, was du haben möchtest. Er hat Mr. Havisham viel Geld für dich mitgegeben. Du darfst Bridget davon geben. Ist das nicht schön, Sadie? Ist das nicht lieb von deinem Großpapa? Sie küsste das Kind auf seine runden Wangen, die plötzlich vor Freude und Aufregung glühten. Cedric sah von seiner Mutter zu Mr. Havisham hinüber. Kann ich das Geld jetzt haben? rief er. Mr. Havisham gab ihm das Geld. Sadie stürmte aus dem Zimmer. Auch Mrs. Errol ging hinaus. Mr. Havisham blieb eine Weile allein. Er trat ans Fenster und blickte nachdenklich auf die Straße hinaus. Er dachte an den alten Earl of Dorincourt. Da saß er nun sicher in seiner großen, prunkvollen Bibliothek, einsam und von Gicht geplagt, von Glanz und Pracht umgeben. Aber niemand liebte ihn wirklich, weil er selbst in seinem ganzen langen Leben nie jemanden wirklich geliebt hatte. Er hatte immer nur an sich selbst gedacht. Trotz seiner glanzvollen Stellung war der Earl of Dorincourt unbeliebt und einsam. Welch ein Gegensatz dazu war dieser fröhliche, frische Junge, wie er ihm in seiner freimütigen Art von seinen Freunden erzählt hatte. Es wird vieles anders werden, sagte er sich. Bald darauf kamen Sadie und seine Mutter wieder herein. Cedric strahlte. Er setzte sich zwischen seiner Mutter und den Rechtsanwalt, noch ganz erfüllt von dem Erlebnis, wie sehr Bridget sich gefreut hatte. Sie hat geweint, rief er. Vor Freude, sagte sie. Ich habe noch nie jemanden vor Freude weinen sehen. Großpapa muss sehr gut sein. Ich habe gar nicht gewusst, dass er so gut ist. Es ist viel, viel schöner, ein Earl zu sein, als ich zuerst gedacht habe. Ich bin vor der Abreise. In der nächsten Woche bekam Cedric mit jedem Tag eine bessere Meinung von den Vorteilen, die das Leben eines Earl bot. Er konnte es kaum fassen, dass er alles, was er sich wünschte, wirklich haben oder tun konnte. Es blieb Mr. Havisham unvergesslich, wie sie eines Morgens zusammen in die Stadt fuhren, um Dick aufzusuchen. Dick hatte gerade wieder Ärger mit Jake gehabt und war sehr niedergeschlagen. Als Cedric ihm mitteilte, warum sie gekommen seien, war er stumm vor Staunen. Dieses Geschenk war für Dick einfach unfassbar. Das Ende vom Lied war, dass Dick tatsächlich Jake ausbezahlte und alleiniger Eigentümer des Geschäfts wurde. Er bekam auch eine neue Ausstattung und ein fabelhaftes Schild. Noch immer schien er das Ganze nicht begriffen zu haben, bis Cedric ihm die Hand zum Abschied hinstreckte. »Leb wohl«, sagte er. Und obgleich er sich Mühe gab, ruhig zu sprechen, zitterte seine Stimme ein wenig. »Hoffentlich geht's Geschäft recht gut. Und bitte schreib mir öfter, weil wir doch immer so gute Freunde waren. »Leb wohl, Dick«. Dick's Augen sahen verdächtig feucht aus. »Es wäre viel schöner, wenn du da bliebest«, sagte er mit heiserer Stimme. Dann blickte er zu Mr. Havisham hinüber und griff an die Mütze. »Schönen Dank, Sir, dass Sie ihn hergebracht haben und auch für das andere. Er ist, er ist ein merkwürdiger kleiner Kerl,« fügte er hinzu. »Habe immer große Stücke auf ihn gehalten.« Als sie gegangen waren, sah Dick ihnen lange nach. Bis zum Tag der Abreise verbrachte seine Lordschaft so viel Zeit wie nur möglich im Laden bei Mr. Hobbs. Er sah sehr bedrückt aus. Als ihm sein kleiner Freund voll Freude das Abschiedsgeschenk überreichte, eine goldene Uhr mit Kette, war Mr. Hobbs kaum imstande, sich gebührend zu bedanken. Er legte das Etui auf sein breites Knie und putzte sich ein paar Mal hintereinander heftig die Nase. »Es steht was drin«, sagte Cedric, »wenn man den Deckel aufklappt. Mr. Hobbs von seinem ältesten Freund Lord Fauntleroy. Fällt auf diese Uhr dein Blick, denke gern an mich zurück. Sie dürfen mich nie vergessen.« Wieder putzte Mr. Hobbs seine Nase sehr geräuschvoll. »Ich werde dich nie vergessen«, sagte er, »und lass dir es nicht etwa einfallen, mich zu vergessen, wenn du nun unter die englischen Aristokraten gerätst.« »Ich werde sie nie vergessen«, antwortete seine Lordschaft feierlich, »bei Ihnen bin ich immer sehr glücklich gewesen. Hoffentlich besuchen Sie mich einmal.« »Sicher würde sich mein Großpapa sehr freuen.« »Sie hätten doch nichts dagegen, dass er ein Earl ist. Ich meine, Sie würden doch nicht absagen, wenn er Sie einladen sollte, bloß weil er ein Earl ist.« »Ich würde dich besuchen kommen«, erwiderte Mr. Hobbs entschieden. So schien die Sache abgemacht. Schließlich waren alle Vorbereitungen getroffen. Es kam der Tag, da die Koffer aufs Schiff gebracht wurden, und es kam die Stunde, da der Wagen vor der Tür stand. Plötzlich überfiel Cedric ein merkwürdiges Gefühl der Einsamkeit. Mama hatte sich lange Zeit in ihrem Zimmer eingeschlossen. Als sie herunterkam, waren ihre Augen groß und feucht und ihre Lippen zitterten. Cedric ging auf sie zu. Sie beugte sich zu ihm nieder und er schlang die Arme um ihren Hals und sie küßten einander. Er wusste, irgendwas machte sie beide traurig, aber er wusste nicht, was es war. Und dann stiegen sie in den Wagen und Cedric setzte sich ganz dicht neben sie. Als sie sich aus dem Fenster beugte, um noch einmal zurückzublicken, sah er sie an und streichelte ihre Hand. Und dann waren sie mit einem Mal auf dem Schiff, mitten im wildesten Durcheinander. Wagen kamen unten angefahren und Reisende stiegen aus. Andere Reisende regten sich fürchterlich auf, weil ihr Gepäck noch nicht da war und vielleicht zu spät kommen würde. Riesige Koffer und Kisten wurden hingeworfen und herumgestoßen. Matrosen wickelten Tauer ab und liefen eilig hin und her. Offiziere erteilten Befehle. Damen und Herren, Kinder und Kindermädchen kamen an Bord. Manche lachend und vergnügt, andere still und traurig. Einige weinten und drückten das Taschentuch an die Augen. Auf Schritt und Tritt gab es für Cedric etwas zu sehen. Taue spannten sich und knirschten. Ein großer Wirrwarr entstand. Die Leute an Land schrien und riefen zu ihren Angehörigen und Freunden herüber und die Leute auf dem Schiff riefen zurück. Der große Dampfer fuhr ab und langsam fuhr der kleine Lord Fowleroy aus seinem Geburtsland fort, dem unbekannten Land seiner Vorfahren entgegen. In England Erst auf der Reise erzählte Cedrics Mutter dem Jungen, dass sie in England nicht im selben Haus wohnen würde wie er. Als er es begriffen hatte, wurde er traurig. Mrs. Errol verstand es in ihrer klugen und liebevollen Art, Cedric das Gefühl zu geben, dass sie ihm ganz nahe bleiben würde. So milderte sich allmählich seine Furcht vor einer wirklichen Trennung und er war nicht mehr so bedrückt wie zuerst. Mrs. Errol hatte es für das Beste gehalten, ihm nicht zu sagen, warum das alles so eingerichtet worden war. Es ist mir lieber, wenn er es nicht erfährt, sagte sie zu Mr. Havisham. Er würde es nicht begreifen. Es würde ihn nur erschrecken und ihm wehtun. Er wird dem Earl bestimmt viel natürlicher und herzlicher entgegenkommen, wenn er nicht weiß, dass sein Großvater mich verachtet. Es würde eine Schranke zwischen ihnen aufrichten. Nach und nach fand Mr. Havisham Vergnügen daran, mit dem kleinen Lord zu plaudern. Also, du wirst versuchen, den Earl gern zu haben? fragte er. Ja, antwortete Cedric. Er ist mein Verwandter und natürlich muss man seine Verwandten gern haben. Außerdem ist er sehr gut gegen mich gewesen. Wenn jemand so viel für einen tut, dann hat man ihn eben sehr lieb. In elf Tagen erreichten sie Liverpool. Am Abend des zwölften Tages hielt der Wagen, der Cedric, seine Mutter und Mr. Havisham vom Bahnhof abgeholt hatte, vor dem Tor von Court Lodge. Nachdem der Wagen die Anfahrt ein Stück hinabgerollt war, tat sich eine Haustür auf. Mary war mit ihnen gekommen, um ihrer Herrin weiter zu dienen. Sie war schon früher im Haus eingetroffen. Mit einem frohen Aufschrei sprang der kleine Lord ihr entgegen. Bist du glücklich angekommen, Mary? fragte er. Mary ist hier, rief er dann der Mutter zu und küßte die alte Dienerin auf die raue, rote Wange. Ich bin froh, dass Sie hier sind, Mary, sagte Mrs. Errol leise. Es ist für mich ein großer Trost, Sie wiederzusehen. Da ist alles gleich nicht so fremd. Und sie streckte ihr die Hand hin, die Mary ermutigend drückte. Sie wusste, wie fremd sich diese junge Frau fühlen musste, die ihre Heimat verlassen hatte und nun ihr Kind hergeben sollte. Es war ein großes Haus im Vergleich zu dem in New York und es war sehr nett und freundlich. Mary führte sie hinauf in ein Schlafzimmer mit heller geblümter Tapete. Ein offenes Feuer brannte im Kamin. Als sie fertig waren, gingen sie hinunter in ein anderes großes Zimmer. Die Möbel hier waren schwer und schön geschnitzt. Vor dem Feuer lag ein großes Tigerfell und zu beiden Seiten standen Lehnstühle. Cedric warf sich auf das Tigerfell und hörte gar nicht, was seine Mutter und Mr. Havisham sprachen. Mrs. Errol sah ein wenig blass und erregt aus. Er muss doch nicht schon fort? Er kann doch heute Nacht noch bei mir bleiben. Gewiss, antwortete Mr. Havisham. Es ist nicht nötig, dass er heute schon weggeht. Ich selbst werde mich gleich nach dem Essen ins Schloss begeben und dem Earl unsere Ankunft melden. Mrs. Errol warf einen Blick auf Cedric. Sie lächelte wehmütig. Der Earl of Doringcourt weiß nicht, was er mir nimmt, sagte sie traurig. Wollen Sie ihm bitte sagen, fügte sie hinzu, dass ich das Geld lieber nicht haben möchte. Das Geld, rief Mr. Havisham, Sie meinen doch nicht die Rente, die er Ihnen aussetzen will. Doch, erwiderte sie, ich möchte es lieber nicht haben. Das Haus muss ich annehmen und ich bin ihm dankbar dafür, weil es mir ermöglicht, meinem Kind nahe zu sein. Aber sein Geld möchte ich lieber nicht annehmen, da er so sehr gegen mich eingenommen ist. Es würde mir fast so vorkommen, als ob ich ihm Cedric verkaufte. Mr. Havisham rieb sich das Kinn. Seltsam, sagte er. Er wird sehr böse sein, er wird es nicht verstehen. Er wird es schon verstehen, wenn er darüber nachdenkt, erwiderte sie. Warum sollte ich eine Rente annehmen von einem Mann, der mich so sehr hasst? Mr. Havisham schien eine Weile nachzudenken. Ich werde Ihre Botschaft ausrichten, sagte er schließlich. Später am Abend machte Mr. Havisham im Schloss seine Aufwartung und wurde sofort zum Earl geführt. Dieser saß in einem großen Lehnstuhl am Feuer, das kranke Bein auf einem Gichtschemel. Unter seinen wuschigen Braun hervorblickt er dem Anwalt scharf ins Gesicht. Aber Mr. Havisham bemerkte sehr wohl, dass er trotz der gespielten Gleichgültigkeit gespannt und erregt war. Nun, sagte er, wieder hier, Herr Havisham, was gibt's Neues? Lord Fauntleroy und seine Mutter sind in Court Lodge eingetroffen, erwiderte Havisham. Sie haben die Reise gut überstanden und befinden sich bei ausgezeichneter Gesundheit. Freut mich, sagte er kurz. Soweit alles in Ordnung. Trinken Sie ein Glas Wein und machen Sie sich's bequem. Was sonst? Seine Lordschaft bleibt heute Nacht bei seiner Mutter. Morgen werde ich ihn ins Schloss bringen. Na, so reden Sie doch weiter, sagte er. Wie ist denn der Bengel? Die Mutter interessiert mich nicht. Aber wie ist der Junge? Es ist nicht leicht, den Charakter eines siebenjährigen Kindes zu beurteilen, äußerte er sich vorsichtig. Ein Lumpenkopf, was? rief der Earl. Sein amerikanisches Blut schlägt durch, was? Ich glaube nicht, Milord, erklärte der Rechtsanwalt in seiner trockenen, bedächtigen Art. Ich verstehe nichts von Kindern, aber mir scheint er ein wohlgeratener kleiner Bursche. Seine Sprechweise war immer bedächtig und zurückhaltend. Er war nämlich zu dem Schluss gekommen, dass es besser sei, den Earl selbst urteilen zu lassen und ihn auf die erste Begegnung mit seinem Enkel nicht weiter vorzubereiten. Gesund und gut gewachsen, fragte Milord. Offenbar kerngesund und auch ganz gut gewachsen, erwiderte der Rechtsanwalt. Eine Weile herrschte Schweigen. Schließlich fing Mr. Havisham wieder an. Ich habe Ihnen im Auftrag von Mrs. Errol etwas auszurichten. Mit ihr will ich nichts zu tun haben, brummte seine Lordschaft. Je weniger ich von ihr höre, desto besser. Es handelt sich um eine ziemlich wichtige Sache, erklärte der Anwalt. Sie will die Rente, die sie ihr ausgesetzt haben, nicht annehmen. Der Earl fuhr merkbar zusammen. Was soll das heißen? schrie er. Mr. Havisham wiederholte seine Worte und setzte hinzu. Sie sagt, es sei nicht nötig, und da die Beziehungen zwischen Ihnen und ihr nicht freundlich seien, nicht freundlich, fuhr der Earl wütend auf, das will ich meinen, der bloße Gedanke an sie ist mir schon zuwider, sie ist sicher eine geldgierige Amerikanerin, ich will sie nicht sehen. Me Lord, sagte Mr. Havisham, sie können sie kaum geldgierig nennen. Sie hat nichts verlangt, sie will nicht einmal das Geld nehmen, das sie ihr anbieten. Das ist nur Berechnung, fauchte seine Lordschaft, sie will damit erreichen, dass ich sie empfange. Bild es sich ein, ich würde ihren Mut bewundern, tu ich aber nicht. Ich will nicht, dass sie mir direkt vor der Nase wie eine Bettlerin lebt, da sie nun die Mutter des Jungen ist, hat sie standesgemäß aufzutreten und damit Punktum. Sie wird das Geld erhalten, ob sie will oder nicht. Sie wird es nicht ausgeben, sagte Mr. Havisham. Ist mir ganz egal, ob sie es ausgibt oder nicht, donnerte Milord. Sie wird es eben kriegen. Sie soll mir nicht bei den Leuten umherlaufen und erzählen, sie müsse wie eine Bettlerin leben, weil ich nichts für sie täte. Sie will dem Jungen eine schlechte Meinung von mir beibringen, das ist es. Wahrscheinlich hat sie ihn schon jetzt gegen mich aufgehetzt. Nein, sagte Mr. Havisham. Ich habe ihnen noch eine andere Botschaft auszurichten. Ich will sie nicht hören, keuchte der Earl ganz außer Atem vor Zorn, Aufregung und Gicht. Aber Mr. Havisham richtete seine Botschaft dennoch aus. Sie lässt sie bitten, gegenüber Lord Fauntleroy nicht zu äußern, dass sie ihn von ihr getrennt haben, weil sie sie hassen. Er hat sie sehr lieb und ihrer Meinung nach würde das eine Schranke zwischen ihnen und ihm aufrichten. Sie sagt, er würde es nicht verstehen, es würde dahin führen, dass er vielleicht Angst vor ihnen bekäme oder jedenfalls weniger Zuneigung für sie empfände. Sie will, dass ihre erste Begegnung mit dem Kind ungetrübt verläuft. Der Earl sank in seinen Stuhl zurück. Seine tiefliegenden Augen funkelten unter dem buschigen Braun. Sie wollen doch nicht behaupten, dass die Mutter ihm nichts gesagt hat. Kein Wort, Milord, erwiderte der Rechtsanwalt kühl. Das kann ich ihnen versichern. Das Kind ist bereit, sie für den liebenswürdigsten, liebevollsten Großvater der Welt zu halten. Und da ich ihm während meines Aufenthaltes in New York ihren Anordnungen entsprechend jeden Wunsch erfüllt habe, sieht er in ihnen den Inbegriff aller Großmut und Güte. Das tut er, fragte der Earl. Ich gebe ihnen mein Ehrenwort, fuhr Mr. Havisham fort. Und wollen Sie mir bitte verzeihen, wenn ich mir die Freiheit nehme, Ihnen einen Rat zu geben? Ich glaube, Sie werden in jeder Hinsicht besser mit ihm auskommen, wenn Sie es vermeiden, geringschätzig von seiner Mutter zu reden. Bah, sagte der Earl. Der kleine Kerl ist sieben Jahre alt. Er hat diese sieben Jahre in engster Gemeinschaft mit seiner Mutter verbracht, erwiderte Mr. Havisham. Und ihr gehört seine ganze Liebe. Im Schloss. Es war spät am Nachmittag, als der Wagen mit dem kleinen Lord und Mr. Havisham die lange Allee hinauf fuhr, die zum Schloss führte. Als der Wagen das große Parktor erreichte, lehnte er sich weit aus dem Fenster, um die riesigen steinernen Löwen zu betrachten, die den Eingang schmückten. Der Wagen rollte weiter zwischen herrlichen großen Bäumen dahin, die von beiden Seiten der Allee ihre breit ausladenden Äste zu einem Bogengang wölbten. Eine große, seltsame Freude erfüllte ihn über all die Schönheit ringsumher. Jeden Augenblick sah Cedric etwas Neues, das ihn fesselte und beglückte. Bald darauf sahen sie das Schloss. Grau und schön und mächtig stieg es vor ihnen auf. Die vielen Fenster funkelten im Licht der letzten Sonnenstrahlen. Türmchen und Zinnen ragten auf und dicke, runde Türme, wuchernder Efeu umrangte die Mauern. Ringsum fielen Terrassen ab und gingen in Rasenflächen und leuchtende Blumenbeete über. Das ist das Allerschönste, was ich je gesehen habe, sagte Cedric, das runde Gesicht ganz rot vor Freude. Er sah die große Eingangstür auffliegen. Da standen in zwei langen Reihen viele Diener, die ihm entgegenblickten. Er wunderte sich, warum sie alle da standen und ihre Livreen machten großen Eindruck auf ihn. Er wusste ja nicht, dass sie zu Ehren des kleinen Jungen da waren. An der Spitze der Diener stand eine stattliche ältere Frau in einem schlichten schwarzen Seidenkleid. Sie hatte graues Haar und trug ein Häubchen. Mr. Havisham, der Cedric an der Hand führte, blieb einen Augenblick stehen. Dies ist Lord Frontleroy, Mrs. Mellon, sagte er. Lord Frontleroy, dies ist Mrs. Mellon, die Wirtschafterin. Cedric gab ihr die Hand. Seine Augen leuchteten auf. Mrs. Mellons freundliches altes Gesicht sah ebenso erfreut aus. Ich werde sie ins Zimmer eurer Lordschaft hinaufschicken lassen, sagte sie. Dann wandte sie sich zu Mr. Havisham. Ich würde seine Lordschaft überall erkannt haben. Er hat ganz die Art und das Gesicht von Herrn Hauptmann. Dies ist ein großer Tag, Herr Rechtsanwalt. Ein paar Minuten später öffnete der alte Lakai, der Cedric begleitet hatte, die Tür zur Bibliothek und meldete hoheitsvoll Lord Fauntleroy, be Lord. Cedric trat über die Schwelle ins Zimmer. Es war ein großer, wunderschön eingerichteter Raum mit schweren, geschnitzten Möbeln. Zuerst dachte Cedric, es wäre niemand im Zimmer, aber bald entdeckte er einen großen Lehnstuhl neben dem offenen Kaminfeuer und in diesem Stuhl saß jemand. Jemand, der sich zunächst nicht nach ihm umdrehte. Aber bei jemand anderem erregte er doch eine gewisse Aufmerksamkeit. Auf dem Fußboden lag ein Hund, eine riesige gelbe Docke. Dieses mächtige Tier erhob sich langsam und majestätisch und ging schweren Schritts auf den kleinen Jungen zu. Dougal! Er tönte nun eine Stimme aus dem Lehnstuhl. Hierher! Aber der kleine Lord kannte keine Furcht. Er legte die Hand auf das Halsband des großen Hundes, als wäre das die natürlichste Sache der Welt und dann gingen sie einträchtig miteinander auf den Earl zu. Da blickte der Earl auf. Cedric sah einen großen, alten Mann mit wirrem, weißem Haar und buschigem Braun und einer Nase, die wie ein Adlerschnabel zwischen den tiefliegenden, funkelnden Augen herausragte. Der Earl erblickte eine anmutige Kindergestalt in einem schwarzen Samtanzug mit Spitzenkragen. Blonde Locken umrahmten das hübsche kleine Gesicht, aus dem ihm große braune Augen treuherzig entgegenblickten. Es gefiel dem grimmigen alten Edelmann, dass das Kind keinerlei Schüchternheit oder Furcht zeigte, weder vor dem Hund noch vor ihm. Cedric sah ihn an und trat dicht zu ihm. »Bist du der Earl?« fragte er. »Ich bin dein Enkel, ich bin Lord Frontleroy.« Er streckte ihm die Hand hin, denn das hielt er für höflich und richtig, auch einem Earl gegenüber. »Ich hoffe, es geht dir gut«, fuhr er mit gewinnender Freundlichkeit fort. »Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen.« Der Earl reichte ihm die Hand und ein sonderbarer Glanz kam in seine Augen. Er war so erstaunt, dass er kaum wusste, was er sagen sollte. »So, so, du freust dich, mich kennenzulernen.« »Ja?« antwortete Lord Frontleroy. »Sehr?« Ein Stuhl stand in der Nähe und so setzte er sich. Aufmerksam und doch bescheiden betrachtete er seinen Großvater. »Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie du wohl aussehen würdest,« bemerkte er. »Ich habe immer gedacht, ob du wohl meinem Papa ähnlich siehst.« »Nun, wann sehe ich ihm ähnlich?« fragte der Earl. »Weißt du,« erwiderte Cedric, »ich war noch sehr klein, als er starb, und vielleicht kann ich mich nicht mehr richtig erinnern, wie er aussah. Aber ich glaube nicht, dass du ihm ähnlich siehst. Da bist du also enttäuscht, vermutete der Großvater. Oh nein, entgegnete Cedric höflich. Ich hätte es zwar gern gehabt, wenn du meinem Vater ähnlich gesehen hättest, aber ich freue mich natürlich, dass ich meinen Großvater kennenlerne, auch wenn er meinem Vater nicht ähnlich sieht. Du weißt ja, wie das ist, wenn man seine Angehörigen gern hat und bewundert. Der Earl lehnte sich in seinem Stuhl zurück und machte große Augen. Niemand hätte ihm nachsagen können, er wüsste, wie es war, wenn man seine Angehörigen gern hatte und bewunderte. Er hatte den größten Teil seiner Zeit damit verbracht, sich mit ihnen zu zanken und alle hassten ihn von Herzen. Jeder Junge hat doch seinen Großvater lieb, fuhr der kleine Lord fort, besonders seinen Großvater, der so gut zu ihm gewesen ist, wie du zu mir. So, sagte er, ich bin also gut zu dir gewesen. Ja, antwortete der kleine Lord fröhlich, ich bin dir ja so dankbar, wegen Bridget und wegen Dick. Bridget, Dick, ratlos betrachtete der Earl den Knaben, ja, erklärte Cedric, das sind die, für die du mir all das Geld geschickt hast, das Geld, das Mr. Havisham mir geben sollte, wenn ich's haben wollte, das hast du doch selbst so gesagt. Ach so, rief seine duftest, also lass hören, was hast du dir dafür gekauft? Er runzelte die Brauen und sah dem Kinde scharf in die Augen. Im Stillen war er sehr neugierig, was der Kleine sich wohl gegönnt haben mochte. Dougal lag neben dem großen Stuhl. Der Hund hatte sich dort niedergelassen, sobald Cedric auf den Stuhl geklettert war. Der alte Earl kannte den Hund sehr gut und hatte ihn mit stiller Verwunderung beobachtet. Es war keineswegs Dougals Gewohnheit, rasch Freundschaft zu schließen und es erstaunte den Earl, wie ruhig das Tier die Liebkosungen der Kinderhand hinnahm. Cedric fuhr fort, seinen neuen Freund zu streicheln, während er erzählte. Die Empfindungen des Earl of Doring Court wären schwer zu beschreiben gewesen. Er war nicht leicht aus der Fassung zu bringen, denn er hatte viel Aber hier trat ihm etwas so völlig Neues entgegen, dass es ihm fast den Atem verschlug. Er hatte Kinder nie gemocht. Seine Söhne hatten ihn nicht interessiert, solange sie noch klein waren. Nie hatte er erfahren, wie liebevoll und treu ein Kind sein kann. Er hatte nicht im Entferntesten daran gedacht, dass er seinen Enkel gern haben könnte. Und dann fingen sie an, sich zu unterhalten. Und dieses Gespräch bewegte den Earl noch tiefer, ja, es verwirrte ihn beinahe. Alle Leute waren in seiner Gegenwart furchtsam und verlegen und er war so daran gewöhnt, dass er auch von seinem Enkel nichts anderes erwartet hatte als Schüchternheit und Angst. Aber Cedric fürchtete sich vor dem Earl so wenig, wie er sich vor Dougal gefürchtet hatte. Es konnte dem Earl nicht verborgen bleiben, dass dieser kleine Junge ihn für einen Freund hielt und danach behandelte. Trotz seiner Hertherzigkeit und seinem Hochmut empfand der alte Earl doch im Stillen eine nie gekannte Freude über dieses Vertrauen. So lehnte sich denn der alte Mann in seinem Lehnstuhl zurück und ließ seinen Besucher noch mehr von sich erzählen und die ganze Zeit überlag während er ihn beobachtete ein seltsames Leuchten in seinen Augen. Der kleine Lord antwortete bereitwillig auf all seine Fragen und plauderte ganz ernsthaft in seiner unbefangenen Art. Er erzählte ihm alles von Dick und Jake und Bridget und von Mr. Hobbs. Dann wurde gemeldet, es sei angerichtet. Cedric kletterte aus seinem Stuhl heraus und trat zu seinem Großvater. Er blickte nachdenklich lichtisches Bein. Soll ich dir helfen? fragte er höflich. Du kannst dich auf mich stützen. Der Earl musterte seinen kühnen kleinen Enkel vom Kopf bis zum Fuß. Meinst du, dass du das kannst? fragte er barsch. Ich glaube, ja, erwiderte Cedric. Ich bin stark. Ich bin sieben, musst du wissen. Du könntest dich mit dem einen Arm auf den Stock stützen und mit dem anderen auf Earl. Versuchen wir's. Cedric gab ihm seinen Stock und half ihm beim Aufstehen. Langsam erhob er sich und legte seine Hand auf die kleine Schulter, die ihm so tapfer dargeboten wurde. Der kleine Lord trat vorsichtig einen Schritt nach vorn, den Blick auf das kranke Bein geheftet. Bitte, stütz dich auf mich, sagte er mit ermutigender Zuversicht. Ich gehe ganz langsam. Der große Hund trottete langsam neben ihnen her. Der Lakai folgte. Zuweilen lächelte er verstohlen, wenn er sah, wie Cedric alle Kraft zusammennahm, und auch der Earl machte eine sonderbare Miene, als er einmal von der Seite auf das feuerrote kleine Gesicht herabblickte. Nun betraten sie das Zimmer, wo gespeist werden sollte. Cedric sah einen sehr großen, prachtvollen Raum vor sich, ein Diener, der hinter dem Stuhl an der Spitze der Tafel stand, starrte sie verwundert an, als sie hereinkamen. Aber schließlich hatten sie den Stuhl erreicht und der Earl saß endlich wieder. Sein Stuhl stand dem seines Großvaters gegenüber gegenüber, an der anderen Tis gegenüber, ein Armstuhl, der für einen größeren Menschen als er bestimmt war. Alles, was er bisher gesehen hatte, war, als sei es darauf berechnet, Cedric fühlen zu lassen, wie klein er war. Aber das störte ihn nicht. Er hatte sich nie für groß oder wichtig gehalten und war durchaus bereit, sich der neuen Umgebung anzupassen. Vielleicht hatte er nie so winzig ausgesehen wie jetzt, als er in dem riesigen Stuhl am Ende des Tisches saß. Sein Enkel gab dem Earl zu denken und unterbrochen sah er ihn an. Er selbst sprach nicht sehr viel, aber es gelang ihm, den Jungen zum Reden zu bringen. Nie wäre es ihm auch nur im Traum eingefallen, dass ihn das Plaudern eines Kindes unterhalten könnte. Aber Lord Fauntleroy belustigte und erstaunte ihn zugleich. Cedric war als erster mit dem Essen fertig. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und ließ seine Blicke durch das Zimmer schweifen. Du musst sehr stolz sein auf dein Haus, sagte er. Es ist ein wunderschönes Haus. Ich habe nie so etwas Schönes gesehen. Aber ich bin ja erst sieben, da habe ich noch nicht viel gesehen. Und du denkst, ich müsste stolz darauf sein, was, sagte der Earl. Ich glaube, da wäre jeder Mensch stolz drauf, erwiderte Lord Fauntleroy. Ich wäre stolz darauf, wenn es mein Haus wäre. Alles ist so schön. Dann hielt er einen Augenblick inne und blickte nachdenklich über den Tisch. Es ist ein sehr großes Haus für nur zwei Menschen, nicht? sagte er. Jedenfalls groß genug für zwei, antwortete der Earl. Findest du es zu groß? Der kleine Lord zögerte einen Augenblick. Ich dachte nur, sagte er, wenn zwei Leute drin wohnen, die nicht gute Kameraden sind, dann könnten sie sich vielleicht manchmal einsam fühlen. Glaubst du, dass ich einen guten Kameraden abgeben werde? erkundigte sich der Earl. Ja, erwiderte Cedric, ich glaube schon. Mr. Hobbs und ich waren sehr gute Freunde. Er war der beste Freund, den ich je gehabt habe, außer Mama. Es zuckte in den buschigen Brauen des Earl. Lord Frontleroys Stimme klang leise und traurig. Vielleicht war er ein wenig müde, weil seine Schlafenszeit herankam. Und vielleicht war es ganz natürlich, dass er nach den Aufregungen der letzten Tage müde war. Vielleicht brachte die Müdigkeit auch ein unbestimmtes Gefühl von Einsamkeit mit sich und ihm fiel ein, dass er heute nicht zu Hause schlafen würde. Als das Mahl schließlich beendet war, bemerkte der Earl einen leichten Schatten auf Cedrics Gesicht. Doch Cedric hielt sich tapfer und obwohl der lange Lakae auf der anderen Seite seines Herren ging, ruhte doch auf dem Rückweg zur Bibliothek die Hand des Earl wieder auf der Schulter seines Enkels. Als der Diener sie alleingelassen hatte, setzte sich Cedric neben Dougal auf den Teppich vor dem Kamin. Schweigend kraulte er eine Weile die Ohren des Hundes und blickte ins Feuer. Sein Großvater beobachtete ihn. Der Junge sah ernst und nachdenklich aus. Der Earl saß ganz still und hielt den Blick auf seinen Enkel geheftet. Fauntel Roy, sagte er schließlich. Woran denkst du? Cedric blickte auf und versuchte zu lächeln. Ich dachte an Mama, sagte er. Es verursachte dem Earl Unbehagen, dass der Junge sich da mit seinem ersten Anfall von Heimweh herumschlug. Komm her, sagte er. Fauntel Roy ging zu ihm hin. Ich bin noch nie von zu Hause fort gewesen, sagte der Junge mit bekümmertem Blick. Man kriegt ein so sonderbares Gefühl, wenn man die ganze Nacht in einem fremden Schloss bleiben muss, statt in der eigenen Wohnung. Aber Mama ist ja nicht weit fort von mir. Sie hat gesagt, ich sollte immer daran denken und ich bin ja schon sieben und ich kann mir das Bild ansehen, das sie mir gegeben hat. Er griff in die Tasche und brachte ein kleines violettes Samtetui zum Vorschein. Da ist es, sagte er. Siehst du, wenn man auf die Feder drückt, springt es auf und da ist sie drin. Er war dicht zum Stuhl des Earl getrieben. Als er das kleine Etui herauszog, schmiegte er sich an die Seitenlehne des Stuhls und so vertrauensvoll an den Arm des alten Mannes, als hätten sich dort schon immer Kinder angelehnt. Da ist sie, sagte er. Mit einem Lächeln blickte er auf. Der Earl runzelte die Brauen. Er wollte das Bild nicht sehen, aber er sah es trotzdem an. Und ein Gesicht blickte ihm entgegen so reizend und jung, ein Gesicht so ähnlich dem des Kindes neben ihm, dass er fast erschrak. Wahrscheinlich glaubst du, dass du sie sehr gern hast, sagte er. Ja, antwortete der Lichteroffenheit, das glaube ich. Und ich glaube, es ist auch wahr. Der Earl sagte nichts mehr. Er lehnte sich in seinem Stuhl zurück und beobachtete ihn. Viele seltsame neue Gedanken gingen dem alten Edelmann durch den Sinn. Ein langes Schweigen folgte. Etwa eine halbe Stunde später wurde Mr. Havisham hereingeführt. In dem großen Zimmer war es sehr still. Der Earl saß noch immer nachdenklich in seinem Stuhl. Er hielt mahnend die Hand in die Höhe, als Mr. Havisham näher kam. Dougal schlief und dicht neben dem großen Hund schlief den lockigen Kopf auf dem Arm. Der kleine Der Earl und sein Enkel Als der kleine Lord am Morgen erwachte, hörte er als erstes das Knistern eines Holzfeuers und leises Stimmen gemurbel. Sie müssen achtgeben Dorsen, dass sie nichts davon laut werden lassen, hörte er eine Frauenstimme sagen. Er weiß nicht, warum sie nicht bei ihm sein darf und er soll den Grund nicht erfahren. Wenn seine Lordschaft es so angeordnet hat, antwortete eine andere weibliche Stimme, so werde ich mich wohl danach richten müssen, aber sie entschuldigen schon, dass ich mir die Freiheit nehme, das grausam zu nennen. Diese arme hübsche junge Frau, kaum hat sie den Mann verloren, auch noch von ihrem eigenen Fleisch und Blut zu trennen. Cedric rührte sich in seinem Bett, drehte sich auf die andere Seite und schlug die Augen auf. Alles sah hell und freundlich aus, im Kamin brannte ein Feuer. Die beiden Frauen traten an sein Bett und er sah, dass eine davon Mrs. Mellon war, die Wirtschafterin. Die andere war eine Frau in mittleren Jahren mit einem freundlichen, gutmütigen Gesicht. Guten Morgen, Milord, sagte Mrs. Mellon. Haben Sie gut geschlafen? Seine Lordschaft trieb sich die Augen und lächelte. Sie sind gestern Abend raufgetragen worden, als Sie schon eingeschlafen waren, sagte die Wirtschafterin. Das ist Ihr Schlafzimmer und dies ist Dawson, die sie versorgen wird. Fauntleroy setzte sich im Bett auf und streckte Dawson die Hand hin, wie er sie auch dem Grafen hingestreckt hatte. Guten Morgen, Madame, sagte er. Es ist sehr lieb von Ihnen und ich bin Ihnen Miss Dawson oder Mrs. Dawson erkundigte sich seine Lordschaft. Einfach Dawson, me Lord, antwortete Dawson selbst. Sie strahlte übers ganze Gesicht. Wollen Sie jetzt aufstehen und soll ich sie anziehen und wollen sie dann im Kinderzimmer frühstücken? Danke, ich habe schon vor Jahren gelernt, mich allein anzuziehen, antwortete der kleine Lord. Ich kann auch ganz gut allein baden, wenn sie nur so gut sein wollen und die Ohren nachsehen, wenn ich fertig bin. Dawson und die Wirtschafterin wechselten einen Blick. Dawson wird alles tun, was sie wünschen, sagte Mrs. Mellon. Er fand Dawson sehr nett und noch ehe er mit Baden und Anziehen fertig war, waren sie sehr gute Freunde und er wusste schon eine Menge von ihr. Dann ging er ins Nebenzimmer, um zu frühstücken. Es war wieder ein sehr großes Zimmer und daneben lag noch eines, das wie Dawson ihm sagte, auch ihm gehöre. Ich bin doch noch sehr klein dafür, sagte er nachdenklich, dass ich in einem so großen Schloss wohnen und so viele große Zimmer für mich haben soll, finden sie nicht? Nein, gar nicht, erwiderte Dawson. Das kommt ihnen nur am Anfang ein bisschen sonderbar vor, aber sie werden sich rasch daran gewöhnen und dann wird es ihnen hier schon gefallen. Es ist doch so ein schönes Haus, wissen sie? Ja, es ist ein wunderschönes Haus, sagte der kleine Lord und seufzte. Aber es würde mir besser gefallen, wenn Mama auch hier sein könnte. Ich habe sonst immer mit ihr gefrühstückt. Ach, wissen sie, tröstete alles gesehen haben, die Hunde und die Stelle mit dem Pferden. Eins davon wird ihnen besonders gefallen. Wirklich, rief Fauntleroy fröhlich, ich habe Pferde sehr gern. Warten sie nur, bis sie die Stelle hier gesehen haben und alles, was drin ist. Und sie haben ja noch nicht einmal ins nächste Zimmer geguckt. Was ist denn da drin? fragte Fauntleroy. Frühstücken sie nur erst zu sehr neugierig und beeilte sich sehr mit seinem Frühstück. Es musste bestimmt etwas Besonderes im nächsten Zimmer sein, weil Dawson ein so geheimnisvolles Gesicht machte. So, ich bin fertig, sagte er ein paar Minuten später und glitt von seinem Stuhl. Kann ich mir es jetzt ansehen? Dawson nickte und ging ihm voran, geheimnisvoller denn je. Er wurde immer neugieriger. Als sie die Schwelle stehen und sah sich sprachlos vor Staunen um. Er steckte die Hände in die Taschen und wurde rot bis unter die Haare, weil das so überraschend und aufregend war. Das Zimmer war groß, kleine Zimmer schien es hier überhaupt nicht zu geben, und es kam ihm noch schöner vor als alle anderen. Die Möbel schienen nicht so schwer und alt wie die in den unteren Räumen, die Vorhänge und Teppiche und Wände waren heller, Schränke voller Bücher standen da und auf den Tischen viele, viele Spielsachen. Es sieht aus wie ein Zimmer für einen Jungen, stieß er schließlich aufgeregt hervor. Wem gehören denn alle die Sachen? Sehen Sie sie nur näher an, sagte Dawson, sie gehören ihnen. Mir? rief er, mir? Wieso gehören sie mir? Wer hat sie mir geschenkt? Und mit einem Freudenschrei stürzte er darauf zu. Er konnte es fast nicht glauben. Von Großpapa? sagte er mit leuchtenden Augen. Gewiss kommt das alles von Großpapa. Es war ein furchtbar aufregender Vormittag. Was gab es da alles anzusehen und zu untersuchen? Jedes neue Spielzeug nahm ihn so in Anspruch, dass er kaum davon loskam, um das jemand einen so guten Großvater hat wie ich. Einen Augenblick schien Dawson unschlüssig. Sie hatte keine sehr günstige Meinung von seiner Lordschaft, dem Earl. Seine Lordschaft hatte eine schlechte Nacht gehabt und den Vormittag in seinem Zimmer verbracht. Gleich nach dem Essen ließ er seinen Enkel zu sich rufen. Fauntleroy kam sofort. In großen Sprüngen lief er die breite Treppe hinunter. kam mit strahlenden Augen und erhitzten Wangen herein. Ich habe schon darauf gewartet, dass du nach mir schickst, sagte er. Ich bin schon längst fertig. Ich habe mich ja so sehr über all die Sachen gefreut und ich danke dir tausend Mal dafür. Den ganzen Morgen habe ich damit gespielt. So, sagte der Earl, sie gefallen dir also. Ich kann dir gar nicht sagen, wie einem Brett gespielt mit schwarzen und weißen Steinen. Du weißt, wie Baseball gespielt wird, nicht wahr? Es tut mir leid, erwiderte der Earl. Es ist ein amerikanisches Spiel, nicht wahr? So ähnlich wie Cricket. Cricket kenne ich nicht, sagte Fauntleroy. Aber Mr. Hobbs hat mich ein paar Mal zu Baseball spielen mitgenommen. Es war so spannend und aufregend. Soll ich mein mehr als mir lieb ist, war die Antwort. Dann wirst du ihn vielleicht doch nicht vergessen können, meinte der Kleine besorgt. Vielleicht ist es dir nur lästig, wenn ich dir das Spiel erkläre. Oder glaubst du, dass es dir Spaß machen könnte? Geh und hol es, sagte der Earl. Das war zweifellos ein neuartiger Zeitvertreib, die Beschäftigung mit einem Kind, das sich anbot, ihm Spiele beizubringen. Aber gerade das Neuartige an der Sache belustigte ihn. Ein verstecktes Lächeln spielte um den Mund des Earl, als Cedric mit der Schachtel unter dem Arm zurückkam. Äußerst angeregt erklärte er alle Einzelheiten des Spieles. Als schließlich genug erklärt und vorgemacht worden war und das Spiel begonnen hatte, fühlte sich der Earl immer noch gut unterhalten. Sein kleiner Sein frohes Lachen, wenn er einen guten Wurf getan hatte, seine Begeisterung über eine Vollrunde, seine unparteiische Freude über sein eigenes Glück und das Glück seines Gegenspielers, das alles hätte jedes Spiel anregend machen müssen. Hätte man dem Earl of Doring Court vor einer Woche gesagt, dass er an diesem besonderen Tag in der Gesellschaft eines kleinen Jungen seine Gicht und seine schlechte Laune über einem Kinderspiel vergessen würde, so hätte man wohl allerlei Unangenehmes von ihm zu hören bekommen. Und doch hatte er sich selbst ganz vergessen, als sich die Tür auftat und Thomas einen Besuch meldete. Der Besucher, kein geringerer als der Pfarrer des Dorfes, war so verblüfft über das erstaunliche Bild, das sich ihm bei seinem Eintritt bot, dass er unwillkürlich zurückwich und beinahe mit Thomas zusammengestoßen wäre. Keine seiner Pflichten war für Reverend Mordaunt so lästig wie die regelmäßigen Besuche im Schloss seines adeligen Patronatsherrn, denn der Earl machte ihm diese Besuche so unangenehm, wie er nur konnte. Von Kirchenpflichten und Wohltätigkeiten wollte der Earl nichts wissen, und er geriet in höchste Wut, wenn sich einer seiner Pächter herausnahm, arm oder krank oder sonst wie hilfsbedürftig zu sein. Heute war er wegen eines besonders dringenden Falles ins Schloss gekommen. Da stand der Stuhl des Earl, der Gichtschemel mit dem kranken Fuß darauf und daneben ein kleiner Tisch, auf dem ein Spiel aufgebaut war. Ganz dicht neben dem alten Mann, ja tatsächlich an seinen Arm und an sein gesundes Knie gelehnt, stand ein kleiner Junge, mit strahlendem Gesicht und dann merkten beide zu gleicher Zeit, dass jemand ins Zimmer getreten war. Der Earl sah sich um und runzelte die buschigen Brauen. Als er Mr. Mordaunt erkannte, wunderte dieser sich noch mehr, denn der Earl sah nicht böse aus als gewöhnlich, wie es der Pfarrer eigentlich erwartet hatte, sondern eher weniger böse. Aha, sagte er in seinem barschen Ton, hielt ihm aber gnädig die neue Beschäftigung gefunden. Er legte die andere Hand auf Cedrics Schulter, etwas wie Freude blitzte in seinen Augen, als er den Knaben unmerklich vorwärts schob. Dies ist der neue Lord Fauntleroy, sagte er. Fauntleroy, dies ist Mr. Mordaunt, unser Pfarrer. Sehr erfreut, Ihre Bekanntschaft zu machen, sagte der kleine Lord. Der Kleine gefiel dem Pfarrer auf den ersten Blick. Während er Cedric anblickte, hatte er den Earl ganz vergessen. Ich freue mich ungemein, dich kennenzulernen, Fauntleroy, sagte der Pfarrer. Nehmen Sie Platz, Mordaunt, sagte der Earl. Mr. Mordaunt setzte sich. Er blickte von Fauntleroy zum Earl. Man kann eurer Lordschaft von Herzen gratulieren, sagte er warm. Aber der Earl schien offensichtlich nicht geneigt, seine Gefühle über diesen Gegenstand zu äußern. Er sieht seinem Vater ähnlich, sagte er schroff. Hoffen wir, dass er sich klüger aufführt. Und dann fügte er hinzu, nun, was gibt's heute, Mordaunt, wer ist in Not? Das klang lange nicht so schlimm, wie Mr. Mordaunt befürchtet hatte, aber er zögerte eine Sekunde, ehe er sprach. Es handelt sich um Higgins, sagte er. Er hat viel Unglück gehabt. Letzten Herbst war er krank und dann hatten seine Kinder Scharlach. Er ist vielfach im Rückstand. Augenblicklich geht's um die Pacht. Newick hat ihm gedroht, wenn er nicht zahlt, muss er raus. Das wäre natürlich sehr schlimm für ihn. Seine Frau ist krank und gestern ist er bei mir gewesen und hat mich gebeten, ob ich mich nicht bei ihnen für ihn einsetzen und sie um Aufschub bitten könnte. Fauntleroy trat einen Schritt vor. Er war zwischen seinem Großvater und dem Besucher gestanden und hatte gespannt zugehört. Higgins ist ein anständiger Mensch, sagte Mr. Mordaunt. Aber ein schlechter Pächter, erwiderte seine Lordschaft, immer ist er im Rückstand, wenn Juhig mir sagt. Jetzt ist er in großer Not, meinte der Pfarrer. Er hat seine Frau und seine Kinder sehr lieb und wenn ihnen der Hof genommen wird, müssen sie buchstäblich verhungern. An diesem Punkt des Gesprächs kam Fauntleroy wieder einen Schritt näher. Bei Michael war es genauso, sagte er. Der Earl blickte überrascht auf. Dich hatte ich ganz vergessen, sagte er. Ich habe nicht daran gedacht, dass wir eine Menschheitsbeglücker im Zimmer haben. Wer war Michael? Und wieder funkelten die tiefliegenden Augen des alten Mannes belustigt. Er war der Mann von Bridget und er hatte das Fieber, antwortete Fauntleroy und er konnte die Miete nicht bezahlen und du hast mir Geld gegeben, dass ich ihm helfen konnte. Diesmal runzelte der Earl die Brauen in einer sonderbaren Art, die kaum mehr etwas drohendes an sich hatte. Sekundenlang blickte er den Jungen schweigend an. Plötzlich war ihm ein Gedanke gekommen und obgleich er vielleicht nicht den edelsten Beweggründen entsprang, war es kein schlechter Gedanke. Komm her, sagte er schließlich. Fauntleroy trat so dicht wie möglich zu ihm, ohne dem kranken Fuß zu nahe zu kommen. Was würdest du in diesem Fall tun? fragte seine Lordschaft. Mr. Mordaunt war über den Gang der Ereignisse erstaunt. Was würdest du in so einem Falle tun? fragte der Earl noch einmal. Fauntleroy legte ihm vertrauensvoll eine Hand aufs Knie. Wenn ich sehr reich wäre, sagte er, und nicht bloß ein kleiner Junge, so würde ich ihn auf dem Hof lassen und ihm die Sachen geben, die er für seine Kinder braucht. Aber schüttete schüttete der Earl schreibst ihm gleich einen Brief drängte Fauntleroy soll ich dir Tinte und Feder bringen es war ihm offenbar keinen Augenblick in den Sinn gekommen dass man Cedric aber nicht sehr gut nehm die Sachen vom Tisch befahl Milord und hole Tinte und Feder und einen Bogen Papier von meinem Schreibtisch Mr. Mordaunt wurde immer neugieriger Fauntleroy hatte alle Befehle flink und geschickt ausgeführt im Nu waren das Papier das große Tintenfass und die Feder bereit da sagte er fröhlich jetzt kannst du schreiben du sollst schreiben sagte der Earl ich rief Fauntleroy und wurde ganz rot nützt denn das etwas wenn ich schreibe und wenn ich kein Wörterbuch habe mache ich manchmal Fehler das macht nichts antwortete der Earl Higgins wird es mit der Rechtschreibung nicht so genau nehmen der Wohltäter bist ja du tauche die Feder ein Fauntleroy ergriff die Feder und tauchte sie in das Tintenfass dann setzte er sich zurecht tief über den Tisch gebeugt also sagte er was soll ich schreiben du kannst schreiben Higgins soll fürs nächste unbehelligt bleiben und Fauntleroy unterzeichnen sagte der Earl Fauntleroy nahm die Feder und tauchte sie ein zweites Mal in die Tinte dann stützte er den Arm auf und begann zu schreiben es war ein ziemlich langsames schwieriges Verfahren doch er war mit ganzer Seele bei der Sache nach einer Weile jedoch war das Schriftstück vollendet und er übergab es seinem Großvater mit einem etwas unsicheren lächeln glaubst du dass es so geht fragte er der Earl überflog den Brief und um seinen Mundwinkel zuckte es ja antwortete er Higgins wird es durchaus befriedigend finden und erreichte es Mr. Mordaunt ist das richtig wie ich unbehelligt geschrieben habe im Wörterbuch steht es etwas anders antwortete der Earl das habe ich gleich befürchtet sagte Fauntleroy ich hätte fragen sollen so geht es mir immer mit längeren Wörtern ich schreibe es lieber noch einmal ab das tat er denn auch und es kam eine sehr eindrucksvolle Abschrift zustande gegen die Tücken der Rechtschreibung hatte er sich durch befragen des Earl gesichert Rechtschreibung ist eine komische Sache sagte er oft ist es ganz anders als man denkt manchmal glaube ich fast ich werde nie ganz richtig schreiben lernen beim weggehen nahm Mr. Mordaunt den Brief mit und noch etwas anderes nahm er auch mit nämlich ein besseres hoffnungsvolleres Gefühl als er je von einem Besuch im Schloss Dorincourt als er gegangen war kam Fauntleroy der ihn zur Tür begleitet hatte wieder zu seinem Großvater zurück darf ich jetzt zu Mama gehen fragte er ich glaube sie wartet auf mich der Earl schwieg einen Augenblick im Stall ist etwas für dich das du dir noch vorher ansehen solltest sagte er Leute dem Diener ich danke dir vielmals sagte Fauntleroy mit einem jähen erröten aber ich glaube ich ich sehe es lieber morgen an sie wartet sich ja schon die ganze Zeit auf mich also gut antwortete der Earl wir werden den Wagen bestellen dann fügte er trocken hinzu es ist ein Pony Fauntleroy holte tief Atem ein Pony rief er wer ist ein Pony deines erwiderte der Earl meines rief Cedric es gehört mir ja sagte sein Großvater möchtest du es sehen soll ich es holen lassen Fauntleroys Wangen wurden immer röter nie hätte ich gedacht dass ich ein Pony haben würde sagte er nie nie da wird sich Mama aber freuen möchtest du es sehen behartete Earl wiederholte Fauntleroy tief Atem ich möchte es furchtbar gern sehen sagte er so furchtbar gern dass ich es kaum erwarte aber ich fürchte ich habe heute keine Zeit mehr dazu musst du unbedingt deine Mutter heute Nachmittag besuchen fragte der Earl du kannst es nicht aufschieben aber sie hat doch den ganzen morgen über an mich gedacht sagte Fauntleroy und ich an sie so so meinte der Earl du hast an sie gedacht Leute dem Diener als sie unter den hohen Bäumen durch die Allee fuhren war der Earl sehr schweigsam umso lebhafter war Fauntleroy er redete ununterbrochen von dem Pony da wird sich Liebling aber freuen sagte er wieder und wieder sie wird dir dankbar sein dass du so gut zu mir bist er lehnte sich in die Kissen zurück und betrachtete den Earl voll Bewunderung ich glaube du bist der beste Mensch auf der Welt brach es schließlich aus ihm heraus du tust immer nur Gutes nicht wahr und du denkst immer an andere Leute seine Lordschaft war äußerst verblüfft sich in so rosigen Farben dargestellt zu sehen er wusste nicht recht was er sagen sollte jeden seiner hässlichen selbstsüchtigen Beweggründe von einem schlichten Kindergemüt in einen guten und edlen verwandelt zu sehen war ein merkwürdiges Erlebnis Fauntleroy sprach immer weiter den Blick bewundernd auf seinen Großvater gerichtet du machst so viele Menschen glücklich sagte er Michael und Bridget und ihre zwölf Kinder und Dick und Mr. Hobbs und Mr. Higgins und seine Frau und ihre Kinder und Mr. Morda und denn er hat sich natürlich auch sehr gefreut und Mama und und mich und ich war derjenige der gut zu ihnen war fragte der Earl ja natürlich antwortete Fauntleroy du hast sie alle glücklich gemacht weißt du fuhr Cedric nach einem rücksichtsvollen zögern fort die Leute haben manchmal eine ganz falsche Meinung von Earls wenn sie selbst keine kennen Mr. Hobbs zum Beispiel aber ich werde ihm schreiben und ihm alles erklären wie dachte denn Mr. Hobbs über Earls fragte seine Lordschaft ja weißt du erwiderte Cedric das kam daher dass er keine kannte er hatte nur von ihnen in Büchern gelesen er hat geglaubt du darfst ihm das nicht übel nehmen sie seien alle blutige Tyrannen aber wenn er dich gekannt hätte würde er bestimmt ganz anders darüber gedacht haben ich werde ihm von dir erzählen was wirst du ihm erzählen dass ich genau wie du werden möchte wenn ich groß bin genau wie ich wiederholte seine Lordschaft fahle röde stieg ihm ins welke Gesicht und plötzlich wandte er sich ab und sah zum Wagenfenster hinaus ja genau wie du wiederholte Frontleroy und dann fügte er bescheiden hinzu wenn ich es kann vielleicht kann ich es nicht aber ich möchte es versuchen der Wagen rollte durch die herrliche Allee unter den mächtigen breitestigen Bäumen dahin durch Schattengrün und Sonnengefunkel sein ganzes Herz war voll Freude und Glück über die Schönheit ringsumher der alte Earl aber sah und hörte ganz andere Dinge obwohl er anscheinend ebenfalls hinausblickte er sah ein langes Leben in dem es weder gute Taten noch liebevolle Gedanken gegeben hatte er sah Leute die ihn hassten und fürchteten und andere die ihn kriecherisch umschmeichelten aber keinen dem wirklich etwas daran lag ob er lebte oder starb Frontleroy dachte dem Earl müsse wohl sein Fuß sehr wehtun denn er hatte die brauen finster zusammengezogen und blickte in den Park hinaus rücksichtsvoll wie er war wollte Cedric ihn nicht stören endlich hielt der Wagen sie hatten Court Lodge erreicht Frontleroy war aufgesprungen der Earl fuhr aus seinem Sinnen auf was rief er sind wir schon da ja sagte Frontleroy hier ist ein stock stütze ich nur auf mich beim aussteigen ich steige nicht aus erwiderte seine lordschaft kurz du willst mama nicht besuchen rief Frontleroy ganz bestürzt deine deine mama wird mich entschuldigen sagte der Earl trocken geh und erzähle ihr dass nicht einmal ein neues pony dich abhalten konnte zu ihr zu fahren da wird sie aber sehr enttäuscht sein sagte Frontleroy sie würde dich sicher gern kennenlernen das glaube ich nicht lautete die antwort der wagen wird dich auf dem rückweg wieder abholen weiter fahren Thomas nach einem verblüfften blick auf seinen großvater rannte Frontleroy die auffahrt hinauf langsam rollte der wagen davon aber seine lordschaft lehnte sich nicht gleich zurück er blickte noch hinaus durch eine lücke in den bäumen konnte er die haustür von court lodge sehen sie stand weit offen der kleine stürmte die stufen hinauf eine zarte jugendliche gestalt in einem schwarzen kleid eilte ihm entgegen es war als flögen sie aufeinander zu Frontleroy warf sich seiner Mutter in die Arbe und bedeckte ihr geliebtes Gesicht mit küssen am nächsten sonntag hatte mr mordaunt viele zuhörer er konnte sich kaum an einen sonntag erinnern an dem die kirche so voll gewesen war viele leute waren erschienen die ihm nur allzu selten die ehre gaben seiner predigt zu lauschen im laufe der woche hatten viele unglaubliche geschichten über den kleinen lord die runde gemacht und dann war die geschichte mit higgins dazugekommen es gehörte keineswegs zu den gewohnheiten des earl regelmäßig zur kirche zu gehen aber es gefiel ihm an diesem sonntag zu erscheinen und so zeigte er sich denn in dem riesigen herrschaftlichen kirchenstuhl fauntleroy an seiner Seite an diesem morgen standen viele kirchgänger zögernd auf dem kirchhof oder auf der straße herum am eingang des kleinen gotteshauses hatten sich gruppen gebildet und es wurde lebhaft darüber gesprochen ob seine lordschaft wirklich kommen würde oder nicht als die erregung auf dem höhepunkt angelangt war stieß eine der frauen einen leisen ruf aus da sagte sie das muss seine Mutter sein alle die es gehört hatten drehten sich um und sahen die schlanke schwarze Gestalt den Weg herauf kommen sie dachte nicht an die Menschen um sie herum sie dachte an Cedric und an seine Besuche bei ihr und an seine Freude über das Pony auf dem er am Tage vorher zu ihr geritten war kerzen gerade im Sattel und sehr stolz und glücklich aber bald musste sie merken dass man sie ansah und das ihr Erscheinen aufsehen erregte zuerst fiel ihr eine alte Frau mit einem roten Umschlagtuch auf die vor ihr knickste dann tat eine andere das gleiche und sagte Gott segne sie m'lady und ein Mann nach dem anderen nahm den Hut ab als sie nun vorüber ging im ersten Moment begriff sie das Ganze nicht aber dann wurde ihr klar dass sie dies taten weil sie Lord Fauntleroy's Mutter war sie errötete ein wenig und lächelte und nickte und zu der alten Frau die sie gesegnet hatte sagte sie mit ihrer sanften Stimme Dankeschön zunächst war sie etwas verwirrt aber die warme Freundlichkeit die man ihr entgegen brachte rührte sie kaum hatte sie durch die steinerne Vorhalle die Kirche betreten als das große Ereignis des Tages stattfand der herrschaftliche Wagen mit seinen schönen Pferden und den livrierten Lakaien bog um die Ecke und fuhr nun den Weg herab da kommen sie ging es von Mund zu Mund dann hielt der Wagen Thomas stieg ab und öffnete die Tür und ein kleiner Junge sprang heraus alle starrten ihn neugierig an Cedric stand im Sonnenschein und sah zu wie Thomas dem Earl heraushalf sobald er sich nützlich machen konnte streckte er die Hand aus und bot seinem Großvater die Schulter stütz sich nur auf mich hörten sie ihn sagen wie sich die Leute alle freuen dich zu sehen und wie gut sie dich kennen nimm die Mütze ab Fauntleroy sagte der Earl sie verbeugen sich vor dir vor mir rief Fauntleroy im Nut zog er die Mütze vom Kopf und entblößte sein helles Gott segne eure Lordschaft sagte die knicksende alte Frau im roten Umschlagtuch die auch seine Mutter angesprochen hatte danke vielmals erwiderte Fauntleroy dann betraten sie die Kirche und während sie durch das Schiff zu dem rechteckigen Kirchenstuhl mit den roten Kissen und Vorhängen schritten starrten alle Leute auf sie als Fauntleroy endlich saß machte er eine Entdeckung die ihn freute ihm gegenüber so dass er sie sehen konnte saß seine Mutter und lächelte ihm zu als seine Mutter ihn sah drängte sich ihr ein Gebet auf erhalte ihm Gott das reine schlichte Glück seiner kindlichen Seele und gibt das seltsame große Schicksal das ihm zugefallen ist ihn nicht in Unrecht und Übel verstrickt viele sorgenvolle Gedanken beschäftigten sie in diesen seltsamen Tagen Oh Sadie hatte sie am Abend vorher zu ihm gesagt als sie ihn beim Abschied nehmen umschlungen hielt Oh Sadie ich wünschte um deinetwillen ich wäre sehr klug und könnte dir viele weise Ratschläge gegeben aber sei immer gut Liebling sei immer tapfer und gütig und aufrichtig dann wirst du niemandem wehtun und die Welt wird vielleicht durch dich besser werden und das ist das wichtigste Sadie wichtiger als alles andere dass die Welt ein bisschen besser wird weil ein Mensch wirklich gut ist als er ins Schloss zurückgekehrt war hatte Fauntleroy ihre Worte dem Earl wiederholt ich habe an dich gedacht als sie das sagte schloss er und ich habe ihr gesagt dass die Welt bestimmt schon besser geworden ist weil du gelebt hast und ich würde versuchen so zu werden wie du was hat sie da gesagt fragte seine Lordschaft ein wenig beunruhigt sie hat gesagt das wäre recht und man müsste immer auf das Gute im Menschen achten und auch so zu werden versuchen vielleicht dachte der alte Mann an diese Worte als er nun durch den Spalt des roten Vorhangs in die Kirche blickte oft sah er über die Köpfe der Leute hinüber zu der Stelle hin wo die Frau seines Sohnes allein saß aber es wäre sehr schwer gewesen seine Gedanken zu erraten cedric lernt reiten je näher er seinen Enkel kennenlernte umso öfter trat ein lächeln auf das Gesicht des Earl of Dorincourt an dem Morgen als das neue Pony zum ersten Male ausprobiert wurde war der Earl so erfreut und befriedigt gewesen dass er seine Gicht darüber beinahe vergessen hatte als der Reitknecht das hübsche Tier vorführte saß der Earl am offenen Fenster der Bibliothek und sah zu wie der kleine Lord seine erste Reitstunde erhielt er war gespannt ob der Junge Angst zeigen würde außer sich vor Entzücken stieg Fauntleroy auf er war noch nie auf einem Pony gesessen und er sprühte vor Lebensfreude Wilkins der Reitknecht führte das Tier am Zügel vor dem Bibliotheks Fenster auf und ab nach einer Weile riet Fauntleroy seinem Großvater am Fenster zu kann ich nicht allein reiten und kann ich nicht ein bisschen schneller reiten seine Lordschaft gab Wilkins ein Zeichen dieser holte nun sein eigenes Pferd bestieg es und fasste Fauntleroy Pony am Zügel nun lass ihn traben sagte der Earl die nächsten Minuten waren für den jungen Reiter ziemlich aufregend er fand Traben lange nicht so einfach wie das im Schritt gehen und je schneller das Pony und sein Gesicht rötete sich aber mit aller Kraft hielt er durch und saß so gerade wie er nur konnte das sah der Earl deutlich von seinem Fenster aus als die Reiter wieder in Sprechweite kamen gebot der Earl halt einen Augenblick an müde möchtest du absteigen es wirft einen mehr als man denkt gab seine Lordschaft offen zu und es macht auch ein bisschen müde aber stieg eine leise Röte in das cremige alte Gesicht und die Augen unter dem buschigen Brauen leuchteten auf in einer Freude wie sie seine Lordschaft kaum mehr zu erfahren gehofft hatte und gespannt blickte er hinaus bis der Klang der Pferdehufe wieder herüber halte und nach längerer Zeit erschienen die Reiter wieder diesmal in viel schnellerer Gangart da sind wir keuchte Cedric als sie hielten ich bin galopp geritten seit dieser ersten Reitstunde waren er und Wilkins und das Pony gute Freunde kaum ein Tag verging an dem die Dorfleute sie nicht auf der Landstraße oder durch die grünen Heckenwege traben sahen die Dorfkinder kamen vor die Haustüre gelaufen um das braune Pony und seinen Reiter zu sehen und dann riss der junge Lord die Mütze vom Kopf und schwenkte sie in der Luft und rief ihnen ein lautes Hallo Guten Morgen zu nicht sehr aristokratisch dafür aber umso herzlicher ein Umstand allerdings beschäftigte und verwirrte den kleinen Jungen sehr er grübelte über diese Sache viel häufiger als irgendwer vermutete selbst seine Mutter wusste nichts davon der Earl hatte lange Zeit keine Ahnung aber da Cedric rasch und scharf beobachtete konnte es ihm nicht entgehen dass seine Mutter und sein Großvater nie zusammen zu kommen schienen etwa eine Woche später als Cedric wie gewöhnlich seine Mutter hatte besuchen wollen stand vor der Tür statt des großen Wagens mit dem feurigen Zweigespann ein hübscher leichter Einspenner mit einem schönen Fuchs davor Das ist ein Geschenk von dir an deine Mutter hatte der Earl Barsch gesagt sie kann nicht zu Fuß rumlaufen sie braucht einen Wagen Frontelroy konnte nicht annähernd ausdrücken wie er sich freute kaum konnte er erwarten bis sie nach Court Lodge kamen seine Mutter schnitt gerade Hosen im Garten er stürzte aus dem Wagen und flog ihr entgegen Mama rief er denk dir nur der gehört dir er sagt es wäre ein Geschenk von mir an dich es ist dein eigener Wagen in dem du fahren kannst wohin du willst er war so überglücklich dass sie nicht wusste was sie sagen sollte sie brachte es nicht übers Herz das Geschenk zurückzuweisen und ihm die Freude zu verderben sie musste in den Wagen steigen samt ihren Rosen und sich ein Stück spazieren fahren lassen auf der ganzen Fahrt erzählte ihr Cedric von der Güte und Freundlichkeit des Großvaters es waren so harmlose Geschichten dass sie manchmal ein wenig lachen musste und dann zog sie ihren jungen Dichter an sich und küsste ihn froh in dem Gedanken dass er in dem alten Mann der so wenig Freude hatte nur das Gute sah vermisst du deine Mutter sehr fragte der Earl eines Tages ja sagte Fauntleroy ich vermisse sie die ganze Zeit er ging zum Earl und stellte sich vor ihn hin legte ihm die Hand aufs Knie und sah ihn an vermisst du sie nie fragte er ich kenne sie ja nicht antwortete seine Lordschaft etwas mürrisch ich weiß sagte Fauntleroy und das wundert mich so sie hat gesagt ich soll dir deswegen nicht mit Fragen kommen und ich will es auch nicht tun aber weißt du manchmal lässt es mir keine Ruhe und da muss ich darüber nachdenken und ich verstehe alles nicht aber ich werde dir nicht mit Fragen kommen und wenn ich sie sehr vermisse dann schaue ich zu meinem Fenster hinaus wo ich ihr Licht durch eine offene Stelle zwischen den Bäumen sehe das zündet sie jeden Abend für mich an es ist sehr weit weg aber jeden Abend wenn es dunkel wird stellt sie es ans Fenster und dann kann ich es sehen und ich weiß was es sagt was sagt es denn fragte Milord es sagt schlaf gut Gott schütze dich die ganze Nacht genau was sie jeden Abend zu mir gesagt hat als wir noch zusammen waren und jeden Morgen hat sie gesagt Gott segne dich den ganzen Tag siehst du drum kann mir nie etwas geschehen ja gewiss ich zweifle nicht daran meinte seine Lordschaft trocken und er senkte die buschigen braun und sah den kleinen jungen so lange und so ernst an dass Fauntlroy sich wunderte die Hütten im Dorf in Wahrheit dachte seine Lordschaft der Earl of Dorincourt in diesen Tagen an mancherlei Dinge die ihm früher nie in den Sinn gekommen wären und alle seine Gedanken hingen irgendwie wie mit seinem Enkel zusammen sein hervorstechendster Wesenszug war stolz und dem tat der Junge in jeder Hinsicht Genüge diesem Stolz verdankte der Earl das neue Interesse am Leben welches sich allmählich einstellte es begann ihm Freude zu machen der Welt seinen Erben zu zeigen manchmal vergaß er über all diesem Neuen seine Gicht und nach einiger Zeit zeigte sein Arzt sich ganz überrascht es ging seinem Patienten besser vielleicht wirklich weil ihm die Zeit nicht mehr so dahin schlich und er an etwas anderes zu denken hatte als an seine Schmerzen eines schönen Morgens staunten die Dorfleute als der kleine Lord auf seinem Pony nicht mit Wilkins kam sein Begleiter ritt ein großes starkes Pferd und es war kein anderer als seine Lordschaft selbst Fauntleroy hatte die Unternehmung vorgeschlagen als er gerade dabei gewesen war sein Pony zu besteigen hatte er etwas nachdenklich zu seinem Großvater gesagt schade dass du nicht mitkommst das reiten macht mir gar nicht so viel Freude wenn ich denke dass du ganz allein in dem großen Schloss zurück bleibst ich wünschte du kämst mit und ein paar Minuten später hatte es in den Stallgebäuden die größte Aufregung gegeben denn es war Befehl gekommen Selim für den Earl zu satteln von da ab wurde Selim beinahe täglich gesattelt sie fühlten beide dass sie sehr gute Freunde geworden waren eines entdeckte der Earl noch auf diesen Ritten die Frau seines Sohnes führte kein untätiges Leben es dauerte nicht lange bis er erfuhr dass die Armen im Dorf sie sehr gut kannten wenn Krankheit oder Not und Armut in einem der Dorfhäuser herrschten so sah man oft ihren Wagen davor stehen mit einer gewissen Genugtuung hatte der Earl entdeckt dass die Mutter seines Erben jung und schön und in ihrer ganzen Erscheinung eine vollkommene Dame war auch dass sie bei den Armen beliebt und gern gesehen war gefiel ihm recht gut und doch gab es ihm oft vor Eifersucht einen Stich wenn er sah wie sie das Herz ihres Kindes erfüllte und wie der Junge an ihr hing der alte Mann wollte selbst an erster Stelle stehen an jenem Morgen hatte er an einer hoch gelegenen Stelle des Moors sein Pferd angehalten mit der Reitpeitsche wies er über die weite schöne Landschaft zu ihren Füßen weißt du dass dieses ganze Land mir gehört sagte er zu Fonteroy wirklich antwortete der das ist sehr viel für einen Menschen aber es ist sehr schön weißt du dass alles eines Tages dir gehören wird dies hier und noch vieles mehr mir rief Fonteroy etwas beunruhigt wann denn wenn ich tot bin antwortete sein Großvater dann will ich es gar nicht haben sagte Fonteroy du sollst immer leben sehr liebenswürdig meinte der Earl in seiner trockenen Art trotzdem wird eines Tages alles dir gehören eine Weile saß der kleine Lord ganz still in seinem Sattel dann seufzte er leicht woran denkst du fragte der Earl ich dachte erwiderte Fonteroy wie klein ich doch noch bin und dann das was Mama neulich zu mir gesagt hat was hat sie denn gesagt sie hat gesagt es wäre gar nicht so leicht erreicht zu sein wenn man immer so viel Geld und Sachen hat kann man manchmal ganz vergessen dass es anderen nicht so gut geht und daran soll man aber als reicher immer denken und ich habe gerade all die Häuser da angeschaut und mir gedacht wie ich das alles herausfinden muss wenn ich ein Earl bin wie hast denn du alles über sie herausgefunden das wissen seiner lordschaft um seine pächter bestand darin dass er feststellte welche ihre pacht pünktlich zahlten und welche nicht und dass er die welche nicht zahlten an die luft setzte so war diese frage nicht ganz leicht zu beantworten newick tut das für mich sagte er zerrte an seinem großen grauen schnurrbart und sah dem frage etwas unbehaglich ins gesicht wir wollen jetzt heimreiten fügte er hinzu und wenn du ein Earl bist so sieh zu dass du ein besserer wirst als ich auf dem nachhauseweg war er sehr still es kam ihm so unglaublich vor dass er der nie in seinem leben jemanden wirklich lieb gehabt hatte nun diesen jungen immer lieber gewann manchmal lachte er trocken vor sich hin wenn es ihm in den sinn kam wie gern er den jungen um sich hatte wie gern er seine stimme hörte und wie er im stillen sich ernstlich wünschte dass sein enkel auch ihn gern haben sollte es war acht tage nach diesem ritt als fauntleroy von einem besuch bei seiner mutter nachdenklich und beunruhigt in die bibliothek kam er setzte sich in jenen hochlienigen stuhl in dem er abend seine ankunft gesessen hatte und blickte eine weile ins kamin feuer der earl beobachtete ihn schweigend neugierig was nun kommen würde offenbar hatte cedric etwas auf dem herzen schließlich sah er auf weiß newick wirklich alles über die armen leute fragte er er sollte alles über sie wissen erwiderte seine lordschaft hat er vielleicht etwas vernachlässigt da gibt es so schrecklich arme leute am anderen ende des dorfes sagte fauntleroy und blickte mit weit offenen entsetzten augen zu ihm auf liebling ist selbst dort gewesen die häuser stehen ganz dicht und fallen beinahe ein man kann kaum atem holen und die leute sind so arm und alles ist entsetzlich oft sind sie krank und die Kinder sterben ich hab ihr gesagt du weißt bestimmt nichts davon und ich werde es dir sagen fuhr er fort er sprang von seinem stuhl herab lief zum earl und lehnte sich an sein knie du kannst das sicher in ordnung bringen ich hab ihr gesagt du würdest es tun und newick hat wahrscheinlich vergessen dir davon zu berichten der earl blickte auf die hand auf seinem knie newick hatte nicht vergessen es ihm zu berichten er wußte genau bescheid über die baufälligen elenden hütten und die schlechte entwässerung über die feuchten wände die zerbrochenen fenster und die schadhaften dächer über die armut und das fieber und das elend aber als er jetzt auf die kleine hand auf seinem knie und von der kleinen hand schämte er sich tatsächlich ein wenig über earls court und über sich selbst und tatsächlich legte er seine hand auf die des kindes und streichelte sie die häuser müssen niedergerissen werden bat fontleroy eindringlich wir wollen morgen hingehen und sagen dass sie niedergerissen werden die leute werden sich freuen wenn du kommst sie werden dann gleich wissen dass du gekommen bist um ihnen zu helfen seine Augen glänzten wie Sterne und sein Gesicht glühte vor eifer der earl stand auf und legte seine hand auf die schulter des kindes wir wollen unseren abendspaziergang auf der terrasse machen sagte er dabei können wir über die sache sprechen der earl in unruhe was den earl am tiefsten beeindruckte war das vollkommene vertrauen seines enkels cedric glaubte sein großvater werde tun was recht und großmütig war keinen preis sollte der junge entdecken dass der earl nicht die geringste neigung zur großmut hatte und dass er bei jeder gelegenheit seinen eigenen willen unabhängig von recht und unrecht durchzusetzen strebte schließlich Earls Court ein Ende gemacht. »Weißt du noch«, sagte Cedric einmal und blickte auf dem Kaminteppich liegend von seinem Buch auf, »weißt du noch, was ich damals am ersten Abend zu dir gesagt habe über gute Kameradschaft? Wir sind gute Kameraden geworden, nicht wahr? Bessere Freunde gibt's bestimmt nicht.« »Ich glaube, wir vertragen uns ganz gut«, erwiderte seine Lordschaft. »Komm her«, Fauntleroy rappelte sich auf und ging zu ihm. »Gibt's irgendetwas, was du dir wünschst?«, fragte der Earl. »Irgendetwas, was du nicht hast?« Die braunen Augen des Jungen senkten sich nachdenklich in die seines Großvaters. »Nur eines«, antwortete er. »Was?« Fauntleroy schwieg einen Augenblick. Er hatte nicht umsonst all diese Dinge oft und oft durchdacht. »Was also?«, wiederholte B'Lord. »Mama«, sagte Cedric. Der alte Earl zuckte leicht zusammen. »Ah, du siehst sie ja beinahe jeden Tag«, sagte er. »Genügt das nicht?« »Früher habe ich sie die ganze Zeit gesehen«, sagte Fauntleroy. »Schweigend sahen die alten und die jungen Augen eine Weile einander an.« Dann runzelte der Earl die Stirn. »Denkst du denn immer an deine Mutter?«, fragte er. »Ja«, erwiderte Fauntleroy, »immer.« »Und sie denkt immer an mich. Ich würde dich ja auch nie vergessen, wenn ich nicht bei dir wäre. Weißt du, ich würde nur noch mehr an dich denken.« »Bei Gott«, sagte seine Lordschaft, »du wärst imstande.« Die jähe Eifersucht, die ihn überfiel, wenn der Junge so von seiner Mutter sprach, schmerzte ihn jetzt noch mehr als früher. Er hatte den Jungen immer lieber gewonnen. Aber es sollte nicht lange dauern, bis er andere schmerzhafte Dinge erlebte, die so viel härter zu ertragen waren, dass er zeitweise fast vergaß, wie sehr er die Frau seines Sohnes gehasst hatte. Eines Abends, kurz bevor die neuen Häuser von Earls Court fertig wurden, gab es in Dorincourt Castle eine große Gesellschaft. Das war seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen. Er wollte seinen Enkel und Erben der Welt vorstellen. Er wollte den Leuten beweisen, dass das Kind, von dem so viel geredet wurde, in Wahrheit noch vollkommener war, als die Gerüchte besagten. Aber Cedric hatte an diesem Abend kaum Gelegenheit, lange still zu sein. Jeder hatte ihm etwas zu sagen, jeder wollte ihn zum Reden bringen. Die Damen liebkosten ihn und stellten ihm viele Fragen, und auch die Herren wollten alles Mögliche von ihm wissen und scherzten mit ihm. Fauntleroy begriff nicht recht, warum sie oft lachten, wenn er eine Antwort gab, aber er war so daran gewöhnt, dass die Erwachsenen belustigt schienen, obwohl er ganz ernst sprach, dass er nicht weiter darüber nachdachte. Mr. Havisham war schon am Nachmittag erwartet worden, aber sonderbarerweise kam er zu spät. So etwas war noch nie dagewesen in all den Jahren, seit er in Dorincourt Castle ein- und ausging. Erstaunt betrachtete ihn der Hausherr. Der gemessene, ruhige Mann war sichtlich erregt, und sein scharf geschnittenes, altes Gesicht war bleich. »Ich bin aufgehalten worden«, sagte er leise zum Earl durch ein außerordentliches Ereignis. Dass er sich aufregte, kam bei dem bedachtsamen alten Rechtsanwalt ebenso selten vor, wie dass er unpünktlich war. Heute war er offensichtlich verstört. Als beim Nachtisch Fauntleroy hereinkam, blickte er ihn ein paar Mal beunruhigt an. Fauntleroy bemerkte es und wunderte sich darüber. Er und Mr. Havisham verstanden sich und pflegten einander, sonst freundlich zuzunicken. Heute Abend schien der Rechtsanwalt das Zunicken vergessen zu haben. In der Tat hatte er alles vergessen, außer den sonderbaren beunruhigenden Nachrichten, die er dem Earl noch heute mitteilen musste. Das würde eine furchtbare Aufregung geben und alles mit einem Schlage verändern. Kaum hatte der letzte Gast das Zimmer verlassen, der kleine Lord ist während des Trubels eingeschlafen, so erhob sich Mr. Havisham von seinem Platz am Kamin, trat an das Sofa und blickte auf das schlafende Kind. Mr. Havisham sah ihn an und rieb sich das Kinn mit besorgter Miene. »Nun, Havisham«, hörte er die Stimme des Earl hinter sich, »was gibt's denn? Offenbar ist was passiert, was denn, wenn ich fragen darf?« Mr. Havisham wandte sich vom Sofa ab und rieb noch immer sein Kinn. »Schlechte Nachrichten«, antwortete er, »böse Nachrichten, Milord, sehr böse Nachrichten. Ich bedauere, Ihr Überbringer zu sein.« Der Earl hatte während des Abends ein paar Mal ein unbehagliches Gefühl gehabt, wenn sein Blick zufällig auf Mr. Havisham gefallen war, und wenn er sich unbehaglich fühlte, war er immer schlechter Laune. »Warum sehen Sie den Jungen so an?«, rief er gereizt. »Was haben Ihre Neuigkeiten mit Lord Fortleroy zu tun?« »Milord«, erwiderte Mr. Havisham, »ich will keine Zeit verlieren. Meine Nachrichten haben sehr viel mit Lord Fortleroy zu tun. Und wenn Sie richtig sind, so ist das nicht Lord Fortleroy. Und Lord Fortleroy ist das Kind Ihres Sohnes Bavis und befindet sich zurzeit in einem Hotel in London.« Der Earl umklammerte die Armlehnen seines Stuhls mit beiden Händen, bis die Adern hervortraten. Auch auf seiner Stirn schwollen die Adern. Sein leidenschaftliches, altes Gesicht war leichenblass. »Was soll das heißen?«, rief er. »Sie sind ja verrückt! Wer hat diese Lüge aufgebracht?« »Wenn es eine Lüge ist,« antwortete Mr. Havisham, »so sieht sie der Wahrheit leider sehr ähnlich. Heute früh war eine Frau in meiner Kanzlei. Sie gab an, ihr Sohn Bavis habe sie vor sechs Jahren in London geheiratet. Der Trauschein stimmt. Ein Jahr nach der Eheschließung haben sie sich gezankt und er hat ihr regelmäßig Geld gezahlt, um sie auf gute Art loszusein. Die Frau hat einen fünfjährigen Sohn. Sie ist eine Amerikanerin aus niedrigem Stand, eine ungebildete Person. Bis vor kurzem hatte sie nicht recht begriffen, worauf ihr Sohn Anspruch erheben konnte. Dann hat sie einen Rechtsanwalt um Rat gefragt und auf diese Art erfahren, dass ihr Junge der rechtmäßige Lord Fauntleroy ist. Natürlich besteht sie jetzt darauf, dass seine Ansprüche anerkannt werden. Das grimmige alte Gesicht des Earl war totenbleich. Die Frau ist eine ungebildete, gewöhnliche Person, sagten sie. Ich muss leider zugeben, dass sie kaum ihren eigenen Namen schreiben kann, antwortete der Rechtsanwalt. Sie ist vollkommen ungebildet und hat es ganz eindeutig auf das Geld abgesehen. Darauf allein kommt es ja an. Wie bläuliche Stricke standen die Adern auf der Stirn seiner Lordschaft und daneben perlten Schweißtropfen. Er zog sein Taschentuch heraus und wischte sie weg. Plötzlich sprang er von seinem Stuhl auf und begann im Zimmer hin und her zu gehen. Wütende, furchtbare Worte kamen über seine Lippen. Dennoch bemerkte Mr. Havisham, dass er selbst auf dem Gipfel seiner Wut das schlafende Kind nicht vergaß und kein einziges Mal so laut sprach, dass er es hätte wecken können. Als er schließlich alles erfahren hatte, was es zu berichten gab, betrachtete ihn Mr. Havisham mit besorgtem Blick. Er sah gebrochen und verstört und verändert aus. Endlich trat er langsam zum Sofa und blieb davor stehen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass ich ein Kind liebgewinnen könne, sprach er und seine barsche Stimme klang leise und unsicher. Ich hätte es nicht geglaubt. Kinder waren mir immer zuwider, meine eigenen noch mehr als andere. Diesen Jungen habe ich lieb und er hat mich lieb. Ich bin nicht beliebt, ich war es nie, aber er hat mich lieb. Er hat nie Angst vor mir gehabt. Er hat mir immer vertraut. Er hätte meinen Platz besser ausgefüllt als ich, das weiß ich. Er hätte seinem Namen irre gemacht. Er beugte sich nieder und blickte lange Zeit in das friedliche Gesicht des schlafenden Kindes. Seine buschigen Brauen waren finster zusammengezogen. Er streckte die Hand aus und strich das helle Haar aus der Stirn des Kleinen. Dann wandte er sich ab und läutete. Als der Lakai erschien, deutete er auf das Sofa. »Bringe«, sagte er und dann bekam seine Stimme einen sonderbaren Klang. »Lord »Frontelroy«, in sein Zimmer. Besorgnis in Amerika. Als Cedric Mr. Hobbs verlassen hatte, um nach Dorincourt Castle überzusiedeln und Lord Frontelroy zu werden und als der gemischtwaren Händler Zeit hatte zu bedenken, dass der Atlantische Ozean zwischen ihm und dem kleinen Gefährten lag, der so manche angenehme Stunde bei ihm verbracht hatte, da begann er sich sehr, sehr einsam zu fühlen. Wenn Mr. Hobbs so fühlte, zog er seine goldene Uhr heraus, klappte sie auf und blickte auf die Inschrift. Und wenn er sie eine Weile betrachtet hatte, ließ er sie wieder zuschnappen, seufzte und blickte auf die Straße hinaus. Das ging so zwei bis drei Wochen, bis ihm ein neuer Einfall kam. Er würde Dick aufsuchen. Er wusste von Dick und er hoffte, es könnte ihm einen gewissen Trost bereiten, mit Dick über Cedric zu sprechen. Es zeigte sich, dass sie einander sehr viel zu sagen hatten, was nicht auf einmal geschehen konnte. So sahen sich die beiden einander ziemlich häufig und Mr. Hobbs fühlte sich weniger einsam. Beide freuten sich gewaltig über Cedrics Briefe. Sie lasen sie immer wieder und sprachen darüber und hatten ihre Freude an jedem einzelnen Wort. Und sie brachten Tage damit zu, die Antworten zu verfassen und lasen sie vor dem Abschicken fast ebenso oft durch, wie die Briefe, die sie bekommen hatten. Für Dick war das Briefe schreiben eine harte Arbeit. All seine Lese- und Schreibkenntnisse stammten aus der Zeit, als er bei seinem älteren Bruder gewohnt hatte. Er hatte Mr. Hobbs von seinem Leben erzählt und von seinem älteren Bruder, der nach dem Tod ihrer Mutter sehr gut zu ihm gewesen war. Der Vater war schon früher gestorben. Dicks Bruder hieß Ben und er hatte für Dick gesorgt, so gut er konnte, bis der Junge alt genug war, Zeitungen zu verkaufen. Sie hatten miteinander gewohnt und als er älter wurde, war Ben gut vorwärts gekommen und hatte eine ganz nette Stelle in einem Laden gehabt. Und dann, rief Dick empört, geht der Kerl hin und heiratet. Total verrückt war er nach der Person, sein ganzer Verstand war beim Teufel, geht hin und heirat sie und zieht mit ihr in zwei Hinterzimmer und die Weide Bestie. Einmal feuerte sie einen Teller nach mir, traf aber ihr gemeinsames Baby, hat ihm das ganze Kinn zerschnitten. Der Doktor sagte, die Narben werde es sein Leben lang mit sich rumtragen. Eine liebevolle Mutter. Und schließlich ist sie mit einem anderen abgehauen. Eines Tages saßen sie zusammen vor der Ladentür und Mr. Hobbs stopfte seine Pfeife. Als er das Streichholz aus der Schachtel nahm, hielt er plötzlich inne und blickte auf den Ladentisch. Sowas, sagte er, wenn das nicht ein Brief ist. Ich habe ihn vorhin gar nicht gesehen. Er griff danach und betrachtete ihn sorgfältig. Von ihm, rief er. Seine Pfeife war vergessen. Ganz aufgeregt setzte er sich wieder auf seinen Stuhl, zog das Taschenmesser heraus und öffnete den Umschlag. Bin neugierig, was er diesmal zu schreiben hat, meinte er. Dann entfaltete er den Brief und las Folgendes. Dorincourt Castle Lieber Mr. Hobbs, ich schreibe Ihnen in großer Eile, weil ich Ihnen was Merkwürdiges zu erzählen habe. Ich weiß, dass Sie sehr überrascht sein werden, mein lieber Freund, wenn ich es Ihnen erzähle. Es ist alles ein Irrtum und ich bin kein Lord und brauche auch kein Earl zu sein. Da ist eine Dame, die mit einem Onkel Bevis verheiratet war und sie hat einen kleinen Jungen und der ist Lord Fauntleroy, weil es in England so ist. Der kleine Bub vom ältesten Sohn, vom Earl, wird der Earl, wenn alle anderen tot sind. Ich würde jetzt lieber ein Earl werden als früher, denn das Schloss hier ist sehr schön und ich habe alle so gern und wenn man reich ist, kann man so vielerlei tun und jetzt bin ich nicht reich, weil mein Papa der jüngste Sohn war und der ist nicht sehr reich. Ich werde nun arbeiten lernen, sodass ich für Mama sorgen kann und ich habe Wilkins gefragt. Vielleicht kann ich Reitknecht oder Kutscher werden. Die Dame hat ihren kleinen Jungen ins Schloss gebracht und mein Großvater und Mr. Havisham haben mit ihr geredet und ich glaube, sie war zornig, sie redete so laut und mein Großvater war auch zornig. Ich hatte ihn noch nie so böse gesehen. Ich wollte es Ihnen und Dick gleich erzählen, weil es Sie interessieren wird. So für heute nichts weiter mit herzlichen Grüßen Ihr alter Freund Cedric Errol in Klammern nicht Lord Fauntleroy. Mr. Hobbs sank in seinen Stuhl zurück. Der Brief fiel auf sein Knie, das Taschenmesser glitt zu Boden und der Umschlag dazu. Na, sagte Dick, da ist also die ganze Herrlichkeit vorbei. Vorbei, wiederholte Mr. Hobbs. meiner Meinung nach eine abgekartete Sache. Die beiden Anwärter Wenige Tage nach der Gesellschaft im Schlosse wusste jeder eifrige Zeitungsleser in England von den romanhaften Geschehnissen in Doring Court. Mit allen Einzelheiten erzählt, bildete dies eine spannende Geschichte. Über dies alles wurde viel geredet und geschrieben und es erregte ungeheures Aufsehen. Dann kam das Gerücht auf, der Earl auf Doring Court sei mit der Wendung der Dinge keineswegs einverstanden und werde möglicherweise die Ansprüche der Frau anfechten, sodass eine aufsehenerregende Gerichtsverhandlung zu erwarten sei. Doch inmitten all dieser Bestürzung war einer ganz ruhig und unbekümmert. Der kleine Lord Fauntleroy, der nicht mehr Lord Fauntleroy sein sollte. Als man ihm die neue Lage der Dinge erklärt hatte, war er allerdings zunächst ein wenig besorgt und verblüfft gewesen. Doch das hatte seinen Grund nicht in gekränktem Ehrgeiz. Als der Earl ihm sagte, was geschehen war, hatte er auf seiner Fußbank gesessen, die Hände ums Knie geschlungen, wie er es zu tun liebte, wenn er einer spannenden Geschichte zuhörte. Und als die Geschichte zu Ende war, sah er sehr ernst aus. Mir ist dabei ganz sonderbar zumute, sagte er. Ganz sonderbar? Schweigend sah der Earl den Jungen an. Auch ihm war sonderbar zumute bei der Geschichte, sonderbarer, als ihm je zumute gewesen war, und dies umso mehr, als er auf dem kleinen, sonst so glücklichen Gesicht einen beunruhigten Ausdruck sah. Dieser andere Junge, sagte er und seine Stimme zitterte, der wird, der wird nun dein Junge sein, wie ich bis jetzt, nicht? Nein, antwortete der Earl, und so hitzig und laut sagte er es, dass Cedric fast erschrak. Nein, rief er ganz verwundert. Nein, ich dachte, plötzlich stand er von seinem Stuhl auf. Kann ich dein Junge bleiben, auch wenn ich kein Earl werde? fragte er. Willst du, dass ich dein Junge bleibe, so wie jetzt? Jeder Zug des kleinen Gesichtes drückte die höchste Spannung aus, wie ihn da der alte Earl vom Kopf bis zum Fuß ansah, wie seine buschigen Brauen sich zusammenzogen und wie merkwürdig die tiefliegenden Augen darunter hervorleuchteten. Mein Junge, sagte er. Seine Stimme klang seltsam gebrochen, rau und heiser, und obwohl er noch bestimmter und gebieterischer sprach als vorher, schien sie doch ein bisschen zu zittern. Ja, du bist und bleibst mein Junge, solange ich lebe und bei Gott. manchmal ist mir, als wärst du der einzige Junge, den ich je gehabt habe. Cedrics Gesicht wurde rot bis unter die Haarwurzeln, rot vor Erleichterung und Freude. Er sah seinem Großvater gerade in die Augen. Wirklich, sagte er, dann ist mir das mit dem Earl werden ganz egal. Es ist mir gleichgültig, ob ich ein Earl bin oder nicht. Ich dachte, siehst du, ich dachte, dass der, der später der Earl wird, auch dein Junge sein bist und ich dürfte es nicht mehr sein. Deshalb war mir so sonderbar zumute. Der Earl legte ihm die Hand auf die Schulter und zog ihn näher zu sich heran. Sie werden dir nichts nehmen, was ich für dich halten kann, sagte er mit einem tiefen Atemzug. Noch will ich nicht glauben, dass sie dir überhaupt was nehmen können. Du bist für die Stellung wie geschaffen und vielleicht wirst du sie doch noch ausfüllen. Aber was auch kommen möge, du sollst alles haben, was ich dir geben kann. Alles. Es war fast als spreche er gar nicht zu einem Kind. Eine solche Entschlossenheit lag auf seinem Gesicht und in seinem Ton. Es war vielmehr, als gäbe er sich selbst ein Versprechen. Und vielleicht tat er das auch. Wenige Tage, nachdem sie Mr. Havisham in seiner Kanzlei aufgesucht hatte, war die Frau, die Lady Fauntleroy zu sein behauptete, mit ihrem Kind im Schloss erschienen. Der Earl war sehr abweisend gewesen. Wie ein ehrwürdiger Riese hatte er dagestanden und die Frau mit kaltem Blick gemessen. Er hatte sie wortlos angestarrt und sie reden und fordern lassen, bis sie nicht mehr weiter wusste und schließlich hatte er gesagt. Sie behaupten, die Frau meines ältesten Sohnes zu sein. Wenn das richtig ist und wir ihre Beweise nicht widerlegen können, so haben sie das Recht auf ihrer Seite. In diesem Falle ist ihr junge Lord Fauntleroy. Die Sache wird gründlich untersucht werden, darauf können sie sich verlassen. Wenn ihre Ansprüche berechtigt sind, wird für sie gesorgt werden. Ihr Sohn wird dann bedauerlicherweise mein Erbe sein, aber ich wünsche weder sie noch das Kind zu sehen, solange ich lebe. Darauf hatte er den Rücken gewand und war so stolz und gelassen aus dem Zimmer gegangen, wie er es betreten hatte. Wenige Tage später wurde Mrs. Errol, die in ihrem kleinen Zimmer Briefe schrieb, ein Besuch gemeldet. Das Mädchen, das ihn eingelassen hatte, schien äußerst erregt. Es ist der Earl selbst, Madame, sagte es zitternd. Als Mrs. Errol das Besuchszimmer betrat, stand ein hochgewachsener, eindrucksvoller, alter Mann am Kamin. Er hatte ein schönes, grimmiges, altes Gesicht mit Adlerprofil, weißem Schnurrbart und einem eigensinnigen Ausdruck. Mrs. Errol, wenn ich nicht irre, sagte er. Ja, antwortete sie. Ich bin Earl of Dorincourt. Einen Augenblick hielt er inne, fast unwillkürlich, und blickte ihr in die Augen, die sie zu ihm erhoben hatte. Sie waren den großen, liebevollen Kinderaugen, die er während der letzten Monate so häufig hatte zu sich aufblicken sehen, so ähnlich, dass sie ihn ein ganz merkwürdiges Gefühl überkam. Der Junge sieht Ihnen sehr ähnlich, sagte er unvermittelt. »Das hat man mir oft gesagt, Milord«, erwiderte sie. »Aber ich denke immer gern, dass er auch seinem Vater ähnlich sieht.« »Lady Lorry Dale hatte Recht gehabt. Sie besaß wirklich ein gewinnendes Wesen, und ihr Auftreten war schlicht und voll Würde. Sie schien nicht im geringsten verlegen über sein plötzliches Erscheinen. »Ja«, sagte der Earl, »er sieht auch meinem Sohn ähnlich.« Dann zerrte er heftig an seinem weißen Schnurrbart. »Wissen Sie«, fragte er, »warum ich zu Ihnen gekommen bin.« »Mr. Havisham ist bei mir gewesen«, begann Mrs. Errol, »und er hat mir von den Ansprüchen erzählt, die erhoben worden sind.« »Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen«, erwiderte der Earl, »dass ich diese Ansprüche untersuchen und anfechten lassen werde. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihr Junge mit allen Mitteln des Gesetzes verteidigt werden wird. Diese anmaßende Person und Ihr Kind.« »Vielleicht hat sie es so lieb wie ich, Cedric, Milord«, sagte Mrs. Errol, »und wenn sie die Frau ihres ältesten Sohnes war, so ist ihr Sohn Lord Fauntleroy und nicht meiner.« Sie hatte ebenso wenig Angst vor ihm wie Cedric und sah ihm ebenso offen ins Gesicht. Dem Earl, der sich sein Leben lang wie ein Tyrann aufgeführt hatte, gefiel das. »Vermutlich«, sagte er mit einem leichthemischen Zug, »vermutlich würden Sie es begrüßen, wenn er nicht Earl of Dorincourt würde.« Ihr schönes, junges Gesicht errötete Riae. »Es ist ein glänzendes Los, Earl of Dorincourt zu sein, Milord«, erwiderte sie. »Ich weiß das sehr wohl. Aber am meisten liegt mir am Herzen, dass er wird, was sein Vater war. Ein tapferer, gerechter, aufrichtiger Mann.« »Im Gegensatz zu dem, was sein Großvater ist, was?« fragte seine Lordschaft spöttisch. »Ich habe bis jetzt nicht das Vergnügen gehabt, seinen Großvater zu kennen«, erwiderte Mrs. Errol. »Doch ich weiß, dass mein Junge glaubt...« Sie hielt einen Augenblick inne, dann sah sie ihm ruhig ins Gesicht und fügte leise hinzu. »Ich weiß, dass Cedric sie lieb hat.« »Würde er mich lieb gewonnen haben?« fragte der Errol trocken. »Wenn Sie ihm gesagt hätten, warum ich sie nicht im Schloss aufgenommen habe.« »Nein«, antwortete Mrs. Errol, »ich glaube nicht.« »Deshalb wollte ich, dass er es nicht erfährt.« »Nun«, sagte Milord unwirsch, »es gibt recht wenige Frauen, die es ihm nicht gesagt hätten.« Plötzlich begann er im Zimmer auf und ab zu gehen und zerrte heftiger denn je an seinem großen Schnurrbart. »Ja, er hat mich lieb«, sagte er, »und ich habe ihn lieb.« »Ich habe noch nie jemand lieb gehabt.« Er hat mir von Anfang angefallen. Ich bin ein alter Mann und ich hatte das Leben satt. Er hat mir etwas gegeben, wofür es sich zu leben lohnt. Ich bin stolz auf ihn. Der Gedanke befriedigte mich, dass er eines Tages das Haupt der Familie sein würde. Er trat wieder zu Mrs. Errol. »Ich bin unglücklich«, sagte er. Man sah es ihm an, sein Stolz konnte nicht verhindern, dass seine Stimme bebte und seine Hände zitterten. Einen Augenblick schien es sogar, als ob in seinen scharfen, tiefliegenden Augen Tränen stünden. »Vielleicht ist mir nicht zu Ihnen gekommen, weil ich unglücklich bin«, sagte er und starrte auf sie nieder. »Ich habe sie gehasst. Ich bin eifersüchtig auf sie gewesen. Durch diese unselige schändliche Sache ist das anders geworden. Ich bin ein starrköpfiger alter Narr gewesen und ich habe sie sehr schlecht behandelt. Sie sind wieder Junge und der Junge ist das wichtigste in meinem Leben. Ich bin zu ihnen gekommen, weil sie wieder Junge sind und weil er sie liebt und weil ich ihn liebe. Seien sie so gut zu mir wie sie können um des jungen willen. Er sagte das alles in seinem barschen Ton beinahe unhöflich, aber er schien so gebrochen, dass Mrs. Errol im Innersten ergriffen war. Sie stand auf und schob einen Lehnstuhl ein wenig näher zu ihm hin. Möchten Sie sich nicht setzen, sagte sie in ihrer stillen, gewinnenden Art. Es ist so vieles über sie gekommen, dass sie müde sein müssen, und sie brauchen ihre ganze Kraft. Es war ihm ebenso neu, dass jemand so schlicht und liebevoll zu ihm sprach und für ihn sorgte, wie dass jemand keine Furcht vor ihm empfand, und er wurde wieder an seinen ließen ihn nun sogar seine Niedergeschlagenheit etwas vergessen. Er setzte sich in den angebotenen Lehnstuhl und wurde allmählich mitteilsamer. Was auch geschehen möge, sagte er, für den Jungen wird gesorgt jetzt und in Zukunft. Ehe er sich verabschiedete, sah er sich im Zimmer um. Gefällt Ihnen das Haus? fragte er. Ja, sehr, antwortete sie. Das ist ein gemütliches sagte er. Darf ich einmal wiederkommen und diese Dinge weiter mit Ihnen besprechen? So oft sie wollen, Milord, erwiderte sie. Dick als Retter in der Not. Die Geschichte Lord Faunt Royce und die Schwierigkeiten des Earl of Doring Court hatten natürlich in den englischen Zeitungen Schlagzeilen gemacht und bald berichteten auch die amerikanischen Blätter darüber. Mr. Hobbs las so viel über Cedrics Schicksal, dass ihm ganz schwindelig wurde und abends besprach er dann die Sachlage mit Dick. Ich glaube, man müsste etwas tun, sagte Mr. Hobbs. Aber sie konnten leider nichts tun, als jeder einen Brief an Cedric schreiben, indem sie ihn ihrer Freundschaft und Teilnahme versicherten. Sie schrieben, gleich nachdem sie die Neuigkeit gehört hatten. Ehe sie ihre Briefe abschickten, tauschten sie diese untereinander aus. Mr. Hobbs las in Dicks Brief das folgende. Lieber Freund, ich habe deinen lieben Brief erhalten und Mr. Hobbs seinen und es tut uns sehr leid, dass du solches Pech hast und wir sagen dir, halt durch solange du kannst. Es gibt eine Menge Schurken, die dich um alles bringen, wenn du nicht aufpasst. Möchte dir nur mitteilen, dass ich nicht vergessen habe, was du vor mich getan hast und wenn dir nichts Besseres bleibt, so komm wieder rüber und werde mein Teilhaber. Für heute weiter nix Dick. Und in Mr. Hobbs Brief las Dick Sehr geehrter Herr, ihr werdet das Schreiben erhalten und möchte sagen, es sieht faul aus. Halte es für eine verabredete Sache und den Leuten, die es aufgebracht haben, müsste scharf auf die Finger gesehen werden. Schreibe ihnen dies, um ihnen zweierlei mitzuteilen. Erstens werde ich mir diese Geschichte näher ansehen. Zweitens machen sie sich keine Sorgen, werde einen Rechtsanwalt befragen und alles tun, was in meiner Macht steht. Falls es zum Ärgsten kommt und wir diesem Earl nicht gewachsen sind, steht ihnen eine Teilhaberschaft in der Gemischtwarenbranche stets offen, ihrem ergebenen Silas Hobbs. Na, sagte Mr. Hobbs, der wäre versorgt bei uns zwei, wenn er kein Earl wird. Stimmt, meinte Dick. Am nächsten Morgen erlebte einer von Dicks Kunden eine ziemliche Überraschung. Es war ein junger Rechtsanwalt, der gerade zu praktizieren anfing, so arm, wie ein sehr junger Anwalt nur sein kann, aber ein gescheiter energischer junger Mann, scharfsinnig und gutmütig. Als er an diesem besonderen Morgen den Fuß auf das Bänkchen stellte, hielt er eine illustrierte Zeitschrift in der Hand, eine Zeitschrift mit Bildern von bemerkenswerten Leuten und Dingen. Als der zweite Schuh geputzt war, reichte er sie dick. Da hast du eine Zeitschrift, Dick. Kannst du die ansehen beim Frühstück? Da ist ein Bild drin von einem englischen Schloss und der Schwiegertochter eines Earl, eine hübsche junge Person mit prachtvollem Haar. Sie scheint aber einen ordentlichen Skandal dort drüben aufzuwirbeln. Hallo, was ist denn los? Die Bilder, von denen er gesprochen hatte, befanden sich auf der ersten Seite und Dick starrte eines davon mit offenem Mund an. Sein eckiges Gesicht war blass vor Erregung. Was hat dich denn so aus der Fassung gebracht? fragte der junge Mann. Dick sah wirklich aus, als wäre ihm etwas Ungeheures widerfahren. Er zeigte auf das Bild, unter dem gedruckt stand, Mutter des Anwärters Lady Fauntleroy. Es war das Bild einer sehr hübschen Frau mit großen Augen und schwarzem Haar, das sie in schweren Flechten um den Kopf trug. Die, sagte Dick, oh meine Güte, die kenne ich besser als sie. Der junge Mann fing zu lachen an. Wo hast du denn ihre Bekanntschaft gemacht, Dick? fragte er. Im Seebad? Oder bei deinem letzten Aufenthalt in Paris? Dick vergaß ganz über den Witz zu grinsen. Er begann so hastig seine Bürsten und Geräte zusammenzupacken, als könnte er seinen Stand nicht rasch genug verlassen. Das ist sie, sagte er. Ich kenne sie und für heute mache ich Feierabend. Keine fünf Minuten waren vergangen, so rannte er auch schon im Galopp durch die Straßen zu Mr. Hobbs' Ekladen. Dieser traute kaum seinen Augen, als er über den Ladentisch blickte und Dick mit der Zeitschrift in der Hand hereinstürmen sah. Der Junge war ganz außer Atem, so außer Atem, dass er fast nicht sprechen konnte und nur die Zeitschrift auf den Ladentisch warf. Hallo, rief Mr. Hobbs erstaunt. Hallo, was haben Sie denn da? Sehen Sie sich's an, keuchte Dick. Sehen Sie sich, die Frau da, auf dem Bild an. Die ist keine Aristokratin. Die nicht. Und voll tiefster Verachtung. Die ist nicht die Frau von meinem Lord. Ich lass mich erschlagen, wenn das nicht Minna ist. Minna, die würde ich überall wiedererkennen. Und Ben auch. Brauchen ihn bloß fragen. Mr. Hobbs sank auf seinen Stuhl. Ich habe ja gewusst, dass es eine abgekartete Sache war, sagte er. Ich hab es gewusst. Und Sie haben's angestiftet, weil er ein Amerikaner ist. Haben's angestiftet, rief Dick verächtlich. Sie hat's angestiftet, Sie allein. Die hat's immer faustdick hinter den Ohren gehabt. Und ich will Ihnen sagen, was mir eingefallen ist, gleich wie ich Ihr Bild gesehen hab. In einem von den Blättern, die wir gelesen haben, war ein Brief drin. Da stand was von Ihrem Jungen. Und es hieß, der hatte eine Narbe am Kinn. Und nun zählen Sie zwei und zwei zusammen. Die und die Narbe. Der Junge da von ihr ist kein Lord, so wenig wie ich einer bin. Der ist Ben sein Junge, der kleine Kerl, den sie getroffen hat, wie sie den Teller nach mir geschmissen hat. Mr. Hobbs war ganz überwältigt von der Last seiner Verantwortung. Und Dick sprühte nur so von Leben und Tatkraft. Er schrieb einen Brief an Ben. Dann schnitt er das Bild aus der Zeitschrift und legte es bei. Mr. Hobbs schrieb einen Brief an Cedric und einen an den Earl. Sie waren mitten im Schreiben, als Dick ein neuer Einfall kam. Sie, sagte er, der Herr, der mir die Zeitung geschenkt hat, ist ein Rechtsanwalt. Fragen wir ihn lieber, was da am besten zu tun ist. Rechtsanwälte Sie wissen immer alles. Dieser Vorschlag erfüllte Mr. Hobbs mit gewaltiger Achtung vor Dicks Klugheit. Stimmt, erwiderte er, die Sache schreit förmlich nach einem Rechtsanwalt. Sie erschienen mit ihrer romanhaften Geschichte in Mr. Harrisons Kanzlei sehr zur Verwunderung des jungen Anwalts. Na, meinte Mr. Harrison, das wird eine große Sache, wenn's gut geht. Und sie kann für mich ebenso bedeutend sein, wie für Lord Fauntleroy. Wie's scheint, bestehen einige Zweifel wegen des Kindes. Die Frau hat sich bei gewissen Angaben über sein Alter mehrmals widersprochen und dadurch Verdacht erregt. Und noch ehe die Sonne unterging, waren zwei Briefe geschrieben, die in zwei verschiedene Richtungen abgesandt wurden. Der eine verließ New York mit einem nach England bestimmten Postdampfer, der andere mit einem Zug, der Post und Reisende nach Kalifornien beförderte. Der erste war an Mr. T. Havisham gerichtet, der andere an Benjamin Tipton. Die Entlarvung Die Frau, die sich Lady Fauntleroy nannte, war lange nicht so abgebrüht, wie sie schien. Von Mr. Havisham über ihre Heirat und ihren Jungen ins Kreuzverhör genommen, hatte sie sich ein paar Mal verschnappt und auf diese Weise berechtigten Argwohn erregt. Da war es zu Ende gewesen mit ihrer Geistesgegenwart und Selbstbeherrschung und in ihrer Wut und Erregung hatte sie sich noch deutlicher verraten. Alle unstimmigen Angaben betrafen das Kind. Darüber schien kein Zweifel zu bestehen, dass sie mit Bevis, Lord Fauntleroy, verheiratet gewesen war, dass er sich mit ihr entzweite und ihr dann Geld gegeben hatte, um sie los zu sein. Doch, Mr. Havisham fand heraus, dass ihre Angabe, der Junge sei, in einem gewissen Londoner Stadtteil zur Welt gekommen, nicht stimmte. Und mitten in die Aufregung, die dieser Entdeckung folgte, platzten die Briefe des jungen New Yorker Anwalts und die beiden Schreiben von Mr. Hobbs. Das war ein Abend, als diese Briefe kamen und Mr. Havisham mit dem Earl in der Bibliothek besprach, was nun zu tun sei. Das Beste wäre wohl, wir telegrafieren den beiden Tiptons, sie möchten sofort herüberkommen. Und wir stellen sie ihr gegenüber. Sie ist schließlich nur eine ungeschickte Lügnerin. Meiner Meinung nach wird sie zu Tode erschrecken und sich auf der Stelle verraten. Und so wurde es gemacht. Sie blieb ahnungslos und Mr. Havisham nahm ihr jeden Grund zum Argwohn, indem er auch weiterhin mit ihr zusammenkam und ihr Versicherte ihrer Behauptungen wird nachgeprüft. Sie begann sich allmählich so sicher zu fühlen, dass ihre Zuversicht wuchs und sie trat so unverschämt auf, wie man es von ihr nicht anders erwarten konnte. Doch eines schönen Morgens, als sie in ihrem Wohnzimmer im Dorincourt Arms saß und fantastische Pläne für die Zukunft schmiedete, wurde ihr Mr. Havisham gemeldet. Als er eintrat, folgten ihm nicht weniger als drei Leute. Ein Junge mit einem mageren, eckigen Gesicht, ein großer junger Mann und als dritter der Earl of Dorincourt. Sie sprang auf und stieß einen Schreckensschrei aus. Zwei der Besucher hatte sie tausende von Meilen entfernt geglaubt, wenn sie überhaupt an sie gedacht hatte, was seit Jahren kaum mehr geschehen war. Niemals hatte sie erwartet, sie wiederzusehen. Es lässt sich nicht verhehlen, dass Dick grinste, als er sie sah. Hallo, Minna, sagte er. Der große junge Mann, es war Ben, stand ganz still und sah sie an. Kennen Sie sie? fragte Mr. Havisham, der von einem zum anderen blickte. Ja, erwiderte Ben, ich kenne sie und sie kennt mich. Als die Frau sich so entlarvt sah, verlor sie alle Selbstbeherrschung und bekam einen jener Wutanfälle, die für Ben und Dick nichts Neues mehr waren. Vor jedem Gericht könnte ich beschwören, dass sie es ist, sagte Ben zu Mr. Havisham, und ich kann ihnen ein Dutzend Zeugen bringen, die es auch beschwören würden. Dann ballte er plötzlich die Hand und fuhr auf sie los. Wo ist der Junge? fragte er. Ich nehme ihn mit. Plötzlich ging die Tür zum Schlafzimmer ein wenig auf und der Junge, durch die lauten Stimmen neugierig gemacht, guckte durch den Spalt. Er war kein hübsches Kind, aber er hatte ein nettes Gesicht. Er sah Ben seinem Vater auffallend ähnlich. Auch die dreieckige Narbe auf seinem Kinn war da. Ben ging zu ihm hin und nahm ihn an der Hand. Er zitterte. Ja, sagte er, dass der mein Bub ist, das kann ich auch beschwören. Tom, warnte er sich an den Kleinen, ich bin dein Vater. Ich bin gekommen, dich zu holen. Wo ist dein Hut? Der Junge wies auf den Stuhl, auf dem der Hut lag. Offensichtlich war es ihm nicht unangenehm, weggeholt zu werden. Er war an so sonderbare Dinge gewöhnt, dass es ihn gar nicht überraschte, als ein Fremder ihm mitteilte, er sei sein Vater. Er mochte diese Frau nicht, die vor ein paar Monaten bei seinen Pflegeeltern aufgetaucht war und behauptet hatte, sie sei seine Mutter. Ein Wechsel war ihm deshalb durchaus willkommen. Ben nahm den Hut vom Stuhl und ging mit dem Kind zur Tür. Sollten Sie mich noch brauchen, sagte er zu Mr. Havisham, so wissen Sie, wo ich zu finden bin. Er verließ das Zimmer den Jungen an der Hand, ohne die Frau noch einmal anzusehen. Sie raste vor Wut. Beruhigen Sie sich, junge Frau, sagte Mr. Havisham. Auf die Art kommen Sie nicht weiter. Wenn Sie nicht eingesperrt werden wollen, müssen Sie sich wirklich anders aufführen. Es lag etwas so Geschäftsmäßiges in seinem Ton, dass sie es nunmehr für das Klügste hielt, sich aus dem Staube zu machen. Sie warf ihm einen wilden Blick zu, stürzte an ihm vorbei ins Nebenzimmer und schlug die Tür hinter sich zu. Mit der werden wir keine Schwierigkeiten mehr haben, sagte Mr. Havisham. Und er behielt Recht. Noch am selben Abend verließ sie Dorancourt Arms, nahm den Zug nach London und ward nicht mehr gesehen. Auch der Earl verließ nach dieser Unterredung das Zimmer. Sogleich bestieg er seinen Wagen. Nach Court Lodge, sagte er zu Thomas. Als der Wagen vor Court Lodge hielt, war Cedric im Besuchszimmer bei seiner Mutter. Der Earl trat unangemeldet ein. Er sah jetzt um einen Zoll größer und um viele Jahre jünger aus als sonst. Wo, fragte er, ist Lord Fauntleroy? Mrs. Errol ging ihm entgegen, sie war jäh errötet. Wirklich? Lord Fauntleroy? fragte sie. Wirklich? Der Earl streckte seine Hand aus und fasste die Irre. Ja, antwortete er. Dann legte er die andere Hand auf Cedrics Schulter. Fauntleroy, sagte er in seiner trockenen, gebieterischen Art, frag deine Mutter, wann sie zu uns ins Schloss kommen will. Fauntleroy flog seiner Mutter an den Hals. Sie soll bei uns bleiben, rief er. Ganz bei uns? Der Earl sah Mrs. Errol an und Mrs. Errol sah den Earl an. Seine Lordschaft hatte ganz im Ernst gesprochen. Er war entschlossen, auch diese Angelegenheit in Ordnung zu bringen. Nur zu gern wollte er jetzt mit der Mutter seines Erben Freundschaft schließen. Sind Sie ganz sicher, dass Sie mich haben wollen? fragte Mrs. Errol mit ihrem reizenden, sanften Lächeln. Ganz sicher, erwiderte er Barsch. Wir haben Sie schon immer haben wollen. Es ist uns nur nicht recht klar geworden. Wir hoffen sehr, Sie werden kommen. Sein achter Geburtstag Dick und Mr. Hobbs, der mit den anderen beiden nach England gekommen war, um aufzupassen, dass die Sache auch ordentlich betrieben werde, kehrten fürs Nächste noch nicht nach Amerika zurück. Sie konnten es sich leisten, die Festlichkeiten abzuwarten, die für Lord Fauntleroys achten Geburtstag geplant waren. Es lässt sich leider nicht leugnen, dass der Earl und Mr. Hobbs zunächst nicht so ganz ein Herz und eine Seele waren. Der Earl kannte sehr wenige Gemischtwarenhändler, und unter Mr. Hobbs' näheren Bekannten befanden sich nicht allzu viele Earls. So gedieh die Unterhaltung nicht sonderlich bei ihren seltenen Zusammenkünften. Es lässt sich auch nicht verschweigen, dass Mr. Hobbs einigermaßen überwältigt war von den Herrlichkeiten, die er sah. Endlich kam der Geburtstag des kleinen Lords heran. Der Park sah wunderschön aus mit den vielen Menschen in ihren besten, buntesten Kleidern und mit den vielen Fahnen, die von den Zelten und vom Schloss herabflatterten. Keiner war ferngeblieben, der nur irgendwie kommen konnte, denn alle freuten sich, dass ihr kleiner Lord auch weiterhin Lord Fauntleroy bleiben und eines Tages Earl of Dorincourt sein würde. Jedermann wollte ihn sehen, ihn und seine hübsche, liebenswürdige Mutter, die sich so viele Freunde erworben hatte. Und sie waren nun auch dem Earl etwas freundlicher gesinnt, weil der kleine Junge ihn so liebte und ihm so vertraute und auch, weil er endlich mit der Mutter seines Erben Freundschaft geschlossen hatte. Es hieß sogar, er fange an, sie auch lieb zu gewinnen und vielleicht würde er sich im Umgang mit dem kleinen Lord und des kleinen Lords Mutter noch zu einem recht freundlichen alten Edelmann entwickeln. Jeder sah dem kleinen Lord nach und die Sonne schien und die Fahnen flatterten und es wurde gespielt und getanzt und je mehr die Fröhlichkeit wuchs und der festliche Nachmittag fortschritt, umso glücklicher war der kleine Lord. Die ganze Welt schien ihm wunderbar schön und noch jemand war glücklich. Ein alter Mann, der trotz seines hohen Ranges und seines großen Reichtums selten wirklich glücklich gewesen war. Und mit jedem Tag hatte er an der Frau seines Sohnes größeren Gefallen gefunden. Es war richtig, was die Leute sagten. Er gewann auch sie allmählich lieb. Oft saß er in seinem Lehnstuhl und hörte ihr zu, wenn sie mit ihrem Jungen sprach. Der alte Earl of Dorincourt war sehr zufrieden mit seinem Enkel, als er ihn an diesem Tag betrachtete. Er bewegte sich unter den Leuten im Park, unterhielt sich mit denen, die er kannte und machte bereitwillig seine Verbeugung, wenn ihn jemand grüßte. Am allerzufriedensten war der alte Earl mit seinem Erben, als sie zusammen zu dem großen Zelt hinuntergingen, wo die wichtigsten Pächter der Dorincourt'schen Güter sich zum Festmahl niedergelassen hatten. Es wurden Ansprachen gehalten und nachdem sie auf die Gesundheit des Earl getrunken hatten, stießen sie auf das Wohl des kleinen Lord Fauntleroy an. Wenn es nur den leisesten Zweifel an der Beliebtheit seiner jungen Lordschaft gegeben hätte, der jubelnde Beifall, der nun losbrach, hätte ihn im Nu beseitigt. Der kleine Lord war überglücklich. Er lächelte und verbeugte sich und errötete vor Freude. »Tun Sie das, weil Sie mich gern haben?« fragte er seine Mutter. Da legte der Earl ihm die Hand auf die Schulter und sagte, »Fauntleroy, du musst Ihnen danken für Ihre Freundlichkeit.« Fauntleroy blickte erst ihn an und dann seine Mutter. »Muss ich?« fragte er, ein ganz klein wenig schüchtern. Da trat er einen kleinen Schritt vor. Alle sahen ihn an und er sprach, so laut er konnte. Seine kindliche Stimme klang hell und klar. »Ich danke Ihnen allen, von ganzem Herzen«, sagte er. »Und hoffentlich unterhalten Sie sich gut an meinem Geburtstag, denn ich habe mich selbst so gut unterhalten und ich bin sehr froh, dass ich ein Earl werden soll. Erst dachte ich, es würde mir nicht gefallen, aber jetzt gefällt es mir und ich bin so gerne hier. Es ist so schön und wenn ich ein Earl bin, will ich versuchen, so gut zu sein wie mein Großvater. Unter Jubel und Händeklatschen trat er mit einem Seufzer der Erleichterung zurück, legte seine Hand in die des Earl und schmiegte sich lächelnd an ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020